Die Leiden des jungen Winkler BEMS 2 Von Dr. Ohl 1. Der alte und der neue Rainer Der alte Rainer Bild 1 hat Seltenheitswert, es zeigt Rainer beim Lächeln. Daran sieht man, dass es ein altes Bild sein muss, denn all die Insta- und Twitter-Bilder seitdem, all die Screenshots und überhaupt sämtliches Bildmaterial der letzten Jahre hat Rainer nicht mehr lächelnd gezeigt. Feixend, cremassierend oder mal wieder schön besoffen, das Jahr. Aber ein einfaches, man möchte sagen verschämtes Lächeln wie dieses, als sei ihm diese ja ganz menschliche Regung fast ein wenig peinlich, will er doch die harte Metal-Dreck-Xor geben, selbst am Fasching. Also, so ein ganz normales Lächeln, das gibt's schon lang nicht mehr. Denn zwischen dem ersten und dem zweiten Bild hat's vor allem Tränen-Augenschweiß gegeben und zwar die schwere Menge. Und Komma Speck Noch etwas machte das erste Bild selten und besonders. Es zeigt einen lächelnden Rainer umgeben von anderen Menschen. Seit Jahren besteht jede Begegnung der dritten Art, die irgendein Mensch mit Rainer hat, vornehmlich darin, dass dieser Mensch von Rainer angegriffen wird, beschimpft, mit Gegenständen beschmissen, herumgeschübst und natürlich immer wieder angebohlt wie von einer ganzen Kuhherde, denen das Euter schmerzt. Aber verschämt angelächelt, ja, Bustekuchen. Und wie es der Zufall will, ist Lächel Rainer mit sämtlichen Paranalia seines vergangenen Lebens ausgestattet. Heute sind es Sinnbilder einer Vergangenheit, in der er noch Chancen hatte, eine Perspektive, einen Silberstreif im Horizont, kurz, irgendeinen Grund zum Lächeln. Da ist zunächst der Schottenrock. Auch echte, gestandene Kerle sehen im Kild aus, als hätte sie der Esel im Galopp verloren, aber was soll's, ist Fasching. Was ist aus diesem Kleidungsstück geworden? Reines Abrissbirne von Arsch hat es auf dem Gewissen. Würde er den Fetzen heute noch einmal überstreifen, gemahnte sein Gesäß an zwei Masseuhe, die unter einer Bettdecke miteinander kämpfen bis dann nach wenigen Sekunden dieses ekeln Schauspiels die Nähte zerrissen wie der Vorhang im Tempel. Der zweite Rainer passt nur noch in Plastihosen mit mehr Ixen auf dem Größenschild als zwei Tippenbeiß auf der Leuchtreklame haben. Mit so viel Ixen wie Sterne auf den Trikots von Bremen, Stuttgart, Hamburg, Dortmund und Mönchenglettbach zusammen. Und auch die werden im Schritt schon deutlich sichtbar mürbe, was aber auch an der chemischen Belastung dieser Hosenregion liegen mag. Dann ist da der Drachenstecken. In einem Anfall ohnmächtiger Wut pfefferte Rainer ihn der einst in das Unkraut dickicht, das einmal sein Vorgarten gewesen war, wo er nichtswürdiger Kuchensohn ihn auflas und sich mit der Beute davon mochte. Womöglich, um sie sich unter ekstatischem Stöhnen in sämtliche Körperöffnungen zu rammeln. Was aber auch erst passierte, nachdem Rainer sich auf das Drachenzepter draufgesetzt hatte, worauf der Drachenkopf sich in seine Bestandteile auflöste. Das schwarze Leibchen ist dem ersten Rainer ein wenig zu groß. Auch damals war unser Rainerle schon gut rund genudelt, aber es gab tatsächlich noch Kleidungsstücke, die sich nicht über seinen Wanst spannten und blähten wie Segel bei Windstärke 3. Und schwarz war das Leibchen auch, wie sich das für einen Mädler gehört. Nicht mal zu Fasching. Trug Rainer so selten nämliche Slogans spazieren wie heute jeden lieben neuen Tag. Was steht's denn da zwischen Fettwulst und Fettwulst? Ich bin so B1K5hof P, ne 5 weil es andere stört. Was das YouTuber-Hirn halt so rendert, während der arschförmige Wanst da hockt und wartet, dass der Victor sich meldet welchen Akku-Operation oder die Telekom welchen der Gasphase. Abbildung 2 Der neue Rainer Der alte Rainer hat einen seltsamen Elfenmantel oder sowas, mit einem Schnürsenkel um den Hals gebunden. Um den Hals, tatsächlich sogar, sowas hatte er damals noch. Man muss nicht fragen, was aus diesem Kleidungsstück geworden ist. Als der Schnürsenkel nicht mehr um die Körperparty passte, in deren Nähe Rainer seinen Hals vermutete, schnitt er den Mantel wie Weiland der heilige Martin in zwei Hälften und wann sie sich kurzerhand um die Körperpartien, in deren Nähe er seine Handgelenke vermutete. So kann der Betrachter des zweiten Bildes wenigstens erahnen, an welcher Stelle der speckige Arm aufhört und die Wichskriffel anfangen. Die Haare, ja weiß Gott. Es stimmt, dass diese Haarpracht Rainers einzige genetischer Vorteil ist. Dichtes Haupt- und Barthaar, geht ihm nicht wie anderen. Die meisten Männer müssen sich da, wie gesagt, entscheiden. Rainer nicht. Er entscheidet sich stattdessen, dem Haupthaar mit der Bastelschere zu Leibe zu rücken und erzielt damit ein Resultat, für das non-konformistische Punker erst einen Punk-Mode-Schöpfer bräuchten. Welcher Look sagt auf den ersten Blick. Ich pfeife auf dich und deine müde Ästhetik, deinen Wertekanon, deine ganze Leistungsgesellschaft. Reine Scheren sind kein Spielzeug. Tja, wenn er denn wirklich drauf pfeifen würde. Denn er tut ja das Gegenteil. Er wünscht sich so sehr Teilhabe daran. Anerkennung, Erfolg, Kuhln, jede Menge Weiber und ein funktionierendes Geschlechtsteil. All das wünschte sich der alte Rainer ebenso sehr wie der neue, so sehr, dass es weh tut, ihm dabei zuzusehen. Denn in all den Jahren sind diese Dinge verschwunden wie die Paranalia des ersten Rainers. All diese Wünsche und Träume sind doch eigentlich wie ein Kostüm. Man trägt es zu gegebenem Anlass ein wenig um die Häuser, dann mordet man es ein, dann fängt es allmählich an zu stinken. Und geblieben ist der demaskierte Rainer, der Ur-Rainer, der jetzt das ist, was er eigentlich schon immer war. Ein einziges Jammerbild. Den gebrochenen Blick in die Ferne gerichtet, die fettpratzenmüßig in den vom Wichsen schorfigen Schoß gelegt hockt er da, in den Händen noch den altbekannten Brotkanten, mit dem man ihn aus dem Wald gelockt hat, umgeben von den Trümmern eines endgültig gescheiterten Lebens, das jetzt anmutet wie ein Puzzlespiel, das ein Blinder im Suff versucht hat, zu einem stimmigen Bild zusammenzusitzen. Und wie als Sinnbild diese Existenz, die sich nur noch auf engstem Raum abspielt statt draußen, wo die Liebesonne lacht und Dorfkrampen mit Schlagseite sich bei Hofmanns Bierwagen den sechsten Seidler holen, steht in Rainers lebende Zahnputzbächer auf dem Computertisch. Und daneben nicht die Zahncreme, sondern als Ersatz eine Tube Holzleim. Als würden Kinder spielen, sie wären Gendarm oder Doktor oder Vater und Mutter. So wollte Rainer YouTuber sein, so tut er so, als wäre er ein richtiger Mensch und sein Leben normal. Und als Krönung und Krone oben auf der einzige Teil des Kostüms, der kein Kostüm ist, sondern irgendwie ein echter Rainer, weil nichts echt ist an ihm, weil er die schäbige Kopie der schäbigen. Kopie ist, ein Zerbild des Originals, ein durch und durch lächerlicher, verachtenswerter Lappen, der graue Ernst-Worg-Sufa-Säppelhut aus China-Filz. Es ist zum Weinen. Zweitens. Winkler, ein Mann mit Potenzial? Das Potenzial mag Rainer haben. Von mir aus. Geschenkt. Aber dabei bleibt es halt auch. Er erfüllt eine notwendige Voraussetzung zum Gewaltverbrecher. Mehr nicht. Solche Täter, wie du sie beschreibst, planen ihre Tat. Sie planen lange und gründlich und im Stillen. Und schließlich, wenn sie den Moment für günstig erachten, setzen sie den lange im geheimen geplanten und vorbereiteten Akt in die Tat um. Rainer kann erstens, nichts im Geheimen planen. Er muss jede noch so dumme Schnapsidee sofort ankündigen und selbst um den dümmsten Schiss noch ein Riesengewäse veranstalten. Rainer kann zweitens, keinen Plan durchführen. Er ist zu faul und zu dumm, um effektiv vorzubereiten und Vorhaben erfolgreich umzusetzen. Kann er einfach nicht. Wochenlang kündigt er die Rückkehr von Drachenlord an und am Ende hockt er sich für ne Viertelstunde in einer albernen Plasterweste vor die Cam und brüllt das Internet an. Der ewig angekündigte Adventskranz ist zum Schluss eine Stümperei, die nicht mal durch die Qualitätskontrolle in der Besselwerkstatt käme. Wenn Rainer sich vornehme, eine Bluttat zu begehen, würde er das vorher ankündigen müssen. Er könnte gar nicht anders. Nur um dann nach diversen bluttriefenden Rache-Schwüren nur ein altes Brötchenmesser zu zücken, bevor er auf den letzten Heider-Besuch loswätschelt. Zuletzt sollte man nicht vergessen, dass Rainer Rain körperlich nicht in der Lage ist, jemandem Gewalt anzutun. Noch der letzte Lauch könnte sich reines Angriffen mit Leichtigkeit erwehren. Die einzige Gefahr, die von Rainer ausgeht, entsteht durch Affekthandlungen, wenn er in ohnmächtigen Jetsern die Kontrolle über sich verliert. Da könnte er dann tatsächlich jemanden mit dem Drachenmobil kaputt fahren. Halt, doch nicht. Das Drachenmobil ist ja fahrunsüchtig. Rainer also wieder vollkommen ungefährlich. 3. Return Return wohin denn, bitte? Rainer hatte nie eine gute Chance auf eine produktive Existenz innerhalb der Leistungsgesellschaft. Und auch vor dem Beginn seiner YouTube-Karriere hat er bestenfalls am Rand dieser Gesellschaft herumgekripst. Ja, bitte sehr, in gewisser Hinsicht ist er überprivilegiert. Nicht jedem fällt mit Anfang 20 ein Einfamilienhaus in den Schoß. Aber die Schanze war immer schon eine völlig ramponierte und praktisch wertlose Randsbude, spärlich möbliert mit Sperrmüll aus den 50ern, unmöglichen Tapeten, mangelhafter Grundausstattung und fehlender Zentralheizung. Die berühmte wenklersche Kabelführung ist wohl auch ein Beweis dafür, dass die Erbauer der Schanzen noch fest davon ausgingen, Steckdosen seien überflüssiger Wohlstandsmüll und eher was für Stadtmenschen. Ein Wunder, dass es Wasserklosets gibt, ohne Spaß. Grundlage für eine bürgerliche Existenz ist diese Randsbude nicht. Rainer hatte nach nicht mal vier Jahren sämtliche Zeitarbeitsfirmen im 50km-Radius durch und ist nirgendwo übernommen worden. Auch wenn der Plaste Jakob nicht Pleite gemacht hätte, ein Ausbildungsvertrag wäre dafür Rainer niemals drin gewesen. Wer hat denn Bedarf an einem fetten Dummkob, der nicht richtig lesen und schreiben kann und der darüber hinaus so dermaßen blöde ist, dass er jeden Versuch, ihm was beizubringen als gemeine Zumutung und Beleidigung auffasst. Auch und gerade ein florierender Betrieb setzt einen wie Rainer nach der Probezeit raus und probiert es mit einem neuen Kandidaten nochmal. Schlimmer kannst es er nicht treffen. Sollte Rainer zurück zur Schule? Ja welcher denn? Er war nicht mal tauglich für die Hauptschule. Und wenn er mit Ach und Krach einen Hauptschulabschluss gebacken gekriegt hätte, besser hätte er auch nicht da gestanden. Fett, faul und vernagelt wäre er dann immer noch gewesen. Auch ohne YouTube wäre Rainer heute das, was er ohnehin schon ist. Ein arbeits- und perspektivloser, verschuldeter, strunzblöder, verwahrloster und auf ewig ungefickter Fettsack, der wegen unkontrollierter Aggression nicht nur völlig isoliert ist, sondern auch mit einem Bein am Knast steht. Seine Internetaktivität hat Rainer nicht sonderlich verändert. Hier und da haben die bösen Heder ihn mal aus den Augen schwitzen lassen und ihm Anlass zum Lämentieren und oder Dicketun geboten, aber das hätte er alles auch so gemacht. Eigentlich hat Rainer in seiner fatalen Gefallsucht die Mesere nicht erschaffen, sondern nur was er schon der war ans Tageslicht gebracht, damit wir uns dran erladen können. Klar war das ein Fehler, aber sein Leben verpfuscht und vor die Wand gefahren hatte er schon vorher. Das haben eigentlich seine nichtswürdigen Eltern schon für ihn erledigt. 4. Einsicht Eben nicht. Deshalb ist das alles ja so großartig, Gott wär dumme. Weil Rainer Nini niemals von sich aus begreifen wird, wie armselig und hunzerbemmlich das alles ist. Dafür ist er schlicht und ergreifend zu dumm. Nach all den wunderbaren Jahren glaubt er immer noch, er könne sein Publikum kontrollieren oder mit ihm verhandeln. Es ist einfach köstlich. Endlich mal wieder ein waschechter Trägenmann die, bei dem Rainer zwanzig Minuten lang haltlosen Blödsinn absandert, sich in seinen Worthülsen und Allgemeinplätzen rettungslos verheddert und sich alle dreißig Sekunden widerspricht. Gut, inzwischen kann er nicht mehr zwanzig Minuten lang stehen, aber sonst ist das unser Qualmann in Reinform. Er wird demnächst ganz dolle durchstarten, dann wird alles besser. Was natürlich nicht heißen soll, dass es jetzt irgendwie schlimm wäre, ganz im Gegenteil. Es läuft super bei Rainer. Ja gut, jede der gelaufene anonyme Dreckschleuder im Internet bringt ihm schwupp die Wutze ohnmächtiger Weißglut oder heulender Verzweiflung, aber seiner Psyche macht das natürlich nichts aus. Und das liegt alles nur an diesem einen einzigen, leidigen Draut durchkommt zu mehr Video. Wenn er diesen einen einzigen Fehler nicht gemacht hätte, dieser eine einzige Kurzschlusshandlung. Aus erster Absicht heraus, dann wäre er ja heute längst ein gemachter Mann, reich und von allen geliebt. Was natürlich nicht heißen soll, dass es jetzt irgendwie schlimm wäre, ganz im Gegenteil. Es läuft super bei Rainer. Das ist dann genau der Grund für das utopische Gehe aber vom Aufhören. Weil er halt immer noch allen Ernstes glaubt, er könne damit seine Draches dazubringen, unterstützende Geräusche zu machen. Nein. Rainer, bitte bitte, hör nicht auf, bleib stark, du bist doch so toll. Am liebsten wieder vier Drachen und der Mädel, bitte. Das haben sich die Leute gewünscht, als er anonym aufm TS war. Haben sie tatsächlich, Ungelügen. Damals, als er nett der Drache war, verdammte Axt. Sieht er ja selbst ein, dass er das machen sollte. Ist er natürlich zu faul zu. Obwohl seine Kreativität aber zurück ist, tatsächlich sogar. Also, liebes Twitch-Team, gebt Rainer bitte eine Partnerschaft, damit er seine Korn nicht mehr als Tanzbär auf YouNow verdienen muss. Liegt nämlich nur an der Plattform, dass Rainer auf YouNow bis aufs Blut gepisackt und gefückerzt wird, dass es die Sorge raust und er am liebsten damit aufhören würde. Macht ihm aber eigentlich natürlich nichts aus, weil er so ein harter Hund ist. Aufhören will er trotzdem. Es sei denn, der Viktor oder der Kronkh machen doch nochmal eine Kooperation mit ihm. Liegt nämlich nur an den Heidern, dass sie das nicht machen, eigentlich wollen sie ja. Und während er dieses Feuerwerk an Widerspruch und Dysphorie abbrennt, hat Rainer den Birnenleib in ein Leibchenzelt gezwängt, auf dem Ich bleibe, wie ich bin steht. Das ist sein Mette-Kommentar. Denn die Einsicht, wie erbärmlich das alles ist, wird Nini niemals in seinem Spatzenhirn Einzug halten. Das Tollste ist ja. Selbst in reines Spatzenhirn ist die Erkenntnis angelangt, dass jeder vernünftige Mensch die Internetscheiße längst sein gelassen hätte. Er hält es für eine lobenswerte Eigenschaft, wenn er wieder jede Vernunft weitermacht. Er glaubt, das zeichnet ihn aus als besonders starken Krieger oder was und er will jetzt Adler-Apa-Likes dafür und Bars. Kann man sich nicht ausdenken sowas? Reines Gemütszustand halte ich derzeit für einen gut möglichen Kandidaten in puncto. Ende des Games Rainer marschiert mit großen Schritten auf die 30 zu. Seine Altersgenossen und selbst die jüngere Generation Dorfkinder, von denen er sich anno 2012 Noch als Schanzenlott feiern ließ, sind inzwischen im Berufsleben angelangt, ziehen in eigene Wohnungen und gründen Familien. Er male ist schon Vater, zieht's euch rein. Rainer hat nichts dergleichen. Keine Ausbildung, kein Job, keine Koen, keinerlei Perspektiven und deshalb auch keine Freundin, erst recht keine eigene Familie, selbst keine Originalfamilie mehr. Er hat in den letzten drei Jahren sein Leben so richtig mit Caraco an die Wand gefahren. Und bald auch endgültig keine Chance mehr, das Ruder nochmal rumzureißen. Er wär nicht der Erste, der deswegen in ganz absehbarer Zeit so richtig auf den Hund kommt. Also das volle Depri-Programm mit tagelang nicht mehr aufstehen, richtig üble körperliche Verwahrlosung und krankhaften Saufi machen. Die Internetaktivität bleibt bei sowas ganz von allein auf der Strecke. Wenn man irgendwann demnächst zwei Monate nichts von Rainer gehört hat, liegt er womöglich schon in seiner eigenen Pisse im Schimmelbett und lässt Apfelkorn laufen. Eigentlich eine schöne Vorstellung. 5. Der Unfall Immer wieder ein Genuss. Im strahlenden Sonnenschein steht ganz allein ein Fettsack und das Leben läuft an ihm vorbei. Die Autos hupen und fahren, der Fettsack steht. Abbildung 3 Der junge Winkler, in einen Unfall verwickelt, Sommer 2017. Seine Kleider stehen ihm nicht. Sie hängen an ihm, zu klein, zu kurz, zu knapp, sie können das Elend nicht verhüllen, sie heben es noch hervor, gut eine Handbreit Luft zwischen Hosenbund und Hemdsaum. Die Ärmchen baumeln vor dem Wanst und die Schultern bilden einen traurigen Halbkreis, auf dem die Gsichtsbaracke steht wie eine Hütte oben auf einer Abbaumhalde. Die selbst geschnittenen Haare stehen räudig von Kopf, struppige Fransen sprießen rund um die Futterlücke. Verzweifelt stürzt der Fettsack an sich auf die Trümmer seines Wagens und zeigt uns, was für ein Riesenarsch das ist. Der Arsch ist breiter als die Schultern. Rainer hat es geschafft. Rainer steht, das Leben läuft an ihm vorbei. Doch halt, noch einer steht. Eine muss bei ihm verweilen und den anderen beim Fahren zusehen. Rainer hat ihn gerammt. In blinder Wut oder einfach aus Inkompetenz. Was mag der Fahrer des anderen Wagens gedacht haben, als er sah, wie Rainer sich, eine Hand auf dem Autodach, Körperteil für Körperteil aus dem Ford wuchtete? Wird er ein wenig Angst bekommen haben vor der harten Metal-Drecksau, die ihm da entgegenträute? Lemmy forever steht auf dem Zelt, das der Fettsack an sich übergeworfen hat. Auch Lemmy hat früh seinen Vater verloren, viel früher noch als der Fettsack und musste mit einer ungeliebten Stieffamilie als Außenseiter in der walesischen Landeinsamkeit aufwachsen. Nach der Schule nur Drecksjobs ohne Perspektive gewisses Identifikationspotenzial bestätzt er schon. Aber mit 17 hatte Lemmy schon Frau und Kind und mit 20 einen Plattenvertrag. Rainer hat stattdessen mit 27 zum zweiten Mal in sechs Monaten seinen Ford zu Schrott gefahren. Jetzt steht er da und das Leben fällt an ihm vorbei in Wundler-Kettenkutschen. Und natürlich, natürlich wird er auch gleich fotografiert. Ein weiteres Dokument seines Scheiterns. Es wird nicht das letzte sein. Sechstens. Animalische Triebe. Fressen und Ficken sind im Tierreich ganz grundlegende Bedürfnisse und ein auf diese Inhalte reduziertes Leben bewegt sich auf einer nahezu animalischen Ebene niederster. Triebbefriedigung, das passt. Aber Rainer wäre nicht Rainer, wenn es ihm nicht gelungen wäre, selbst diese beiden im Grunde genommen völlig gesunden Bedürfnisse auf eine kranke Ebene zu verschieben. Rainer Sexualtrieb ist genauso kaputt wie der Rest seines geschundenen Spatzenhirns. Seine Sexgeschichten geben Berater Auskunft darüber, worum es ihm bei der Sehnsucht nach Sex eigentlich geht. Eine Quelle für Bewunderung und Anerkennung. Sein instabiles Selbstbild muss ständig gestützt werden. Eine richtige, echte Frau, die sich von ihm ficken ließe, wäre eine ganz unglaubliche Stütze, die sein Leben sehr verbessern würde. Das würde aber nur funktionieren, wenn sie ihn genauso, wie er sich selbst gebaut hat, in seinem erbärmlichen Jetzt-Zustand ran ließe. Und dann würde unser Lord sie natürlich und selbstverständlich wie kein zweiter Weg flanken, bis sie die Engelchen pfeifen hört. Wir erinnern uns. Reines Selbstbild ist grotesk übersteigert, das höchste Wesen. Reine Sexbesessenheit hat wenig mit Triebabfuhr zu tun und sehr viel mit der Sucht nach Bestätigung des Selbstbilds als Lord von allem. Sein Bedürfnis nach Sex ist eigentlich ein Bedürfnis nach Anerkennung und Bewunderung. Triebabfuhr, also körperliche Befriedigung, hat er konsequenterweise verlagert aufs Fressen. Wenn er frisst, fühlt er sich auch in seinem erbärmlichen Leben gut genug, um sich weiter erfolgreich einzureden, er sei der Lord. Die emotionale Bindung, die unser Fettwanz zum Essen aufgebaut hat, bedarf wohl keine Ausführung. Wenn ihm was gelingt, belohnt er sich mit ausgesuchten Leckerbissen. Er ist sogar bereit, immense Anstrengungen auf sich zu nehmen, wenn er sich dafür mit Fressen belohnen kann. Situationen, die ihm körperliches Unwohlsein bereiten, Zwangsstrems, kann er zuweilen nur bewältigen, wenn er dabei frisst oder sich zumindest den feinen, helllichen Zucker nahe schüren kann. Der seinen Körper befriedigt und glücklich macht. Zur Idee mit der privaten Kellernkneipe. Alles schön und gut, aber in der richtigen Kneipe sorgen irgendwelche abgehalfterten Sufschis für Erheiterung. Die gehören dazu, aber die will man sich doch nicht nach Hauseinladen. 7. Scham Doch, ich fürchte, das will ich. Scham meint ja nicht Schamigkeit im Sinne sexueller Tabus. Scham meint die Reaktion auf eigenes Versagen. Man schämt sich, wenn man weiß, dass man etwas nicht so gut hingekriegt hat, wie von einem erwartet, oder wenn man gar unerwartet versagt. Was bei reiner Scham verursacht. Vetter Leib Reiner weiß, dass er grotesk aufgeschwemmt ist und wünscht sich, es wäre nicht so. Er schämt sich für seine Willensschwäche und die Schwabbeligkeit seiner Erscheinung. Also behauptet er, dass er ein sehr fitter Mensch sei, also macht er so ein unglaubliches Primborium um die Ratelfidius oder seine Vatschela in der Nachbarschaft. Ständig will er hören. Ist doch nicht so schlimm, du kriegst das doch in den Griff. Arbeitslosigkeit immer noch ein sehr verlässlicher Trigger. Man erinnere sich an die neue Auflage von vier Drachen, in der ein autoritärer Reiner, vor dem die alte Egos kuschen, von der mystischen Arbeit zurückkehrt und die anderen für ihre Faulheit zusammenstauchen darf. Man denke an die monatelange Stimmen gibt es auch fürs Händelügerei. Reiner hat früh verinnerlicht, dass ein arbeitsloser Mann ein wertloser Mann ist und schämt sich seines Herumgeflackes und Sumpfes. Also muss er bei jeder Gelegenheit beteuern, dass er kein Geld vom Amt kriegt, dass er sich täglich stundenlang den Arsch aufreißt, dass seine erbärmliche Herumkrebserei am Existenzminimum eine echte Arbeit und ein Vollzeitjob sei. Diese Ausweichmanöver zum Selbstschutz regen ihn immer reichlich auf, weil er aus Erfahrung weiß, wie schmerzvoll sich ihr Versagen anfühlt. Ein von Scham überwältigter Reiner macht dann ein kleinlautes Red-Up-Video, in dem er ankündigt, sein Leben von Grund auf zu ändern. Dabei wird natürlich sehr ausgiebig geweint. Sein arrogantes Geschimpfe, wann immer diese Themen aufs Tapet kommen, sind die erste Verteidigungslinie. Reiner ist alles andere als überzeugt, ein Dollarkerl zu sein. Er will sehr, dass wir ihn dafür halten und zu behandeln, also tritt er entsprechend auf. Ein großer, dicker, fetter, Sackwind und nichts dahinter. Und so funktioniert Hit. Den Panzer knacken. Scham ist für Reiner ein fürchterliches Erlebnis, das er so gut es geht vermeiden will. Auslöser der Scham können seine groteske Gestalt und seine Sauferheit sein. Auf diese Dinge angesprochen, wird er verlässlich mit Mitlieferungen reagieren. Er kann solche Angriffe nicht ignorieren, er muss sie abwehren, damit sich die vernichtende Scham nicht einstellt. Er kann sie nur abwehren, indem er legen Konstrukte aufbaut, in Rage gerät, kurz, uns aufs trefflichste unterhält. Wenn die Angriffe immer gleich bleiben, stellt sich Gewöhnung ein. Sie müssen immer auf dasselbe Ziel weisen, aber aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Dann bricht er irgendwann wieder zusammen, heult und verspricht uns, sein Leben zu ändern. Wird er natürlich nicht machen. Narzisstische Persönlichkeitsstörung ist sogar dann sehr schwer zu therapieren, wenn die Betroffenen Selbstheilung suchen und anstreben. Meistens wird die Therapie wieder abgebrochen, sobald es ans Eingemachte geht, weil sie halt weh tut. Reiner ist obendrein noch strohdorf und kann nicht einsehen, dass eine Therapie ihm gut täte. Ohne Wunsch des Erkrankten nach Besserung und Heilung ist er jeder Hilfeversuch für die Katz. Aber den kleinlauten Reiner, der haltlose Versprechungen macht, den mag ich halt immer noch am allerliebsten sehen. 8. Reine Schulzeit 8.1 Sonderschüler Sonderschüler finden dasselbe cool wie normale Schüler, nur eben verspätet und in der Mungo-Version, dafür umso intensiver. Auf dem Schulhof gibt es irgendeinen Erztslag, der völlig begeistert von Kampfsport ist, und zwar von Mutai, weil das ist es hättest du überhaupt, da darf man den Gegner zusammenschlagen und noch treten, alle. Da ist der Himmel die Grenze. Dieser Erztslag geht womöglich einmal die Woche zum Training und vielleicht ist irgendwann auch ein zweiter Erztslag dabei. Auf dem Schulhof spielen alle Jungs dann Kampfsport. Das findet Reiner natürlich auch obercool, aber er ist auch als Schüler schon ein kurzatmiger Fettsack, der hinter den sieben Bergen aufwächst, bei Eltern, denen es schon zu viel Arbeit ist, mit ihm Hausaufgaben zu machen. Nicht nur, dass er niemals irgendein Training absolvieren könnte, wie soll er denn erstmal zum Training hinkommen? Rita fährt ihn bestimmt nicht hin, die steht nicht mal vom Sofa auf, wenn's klingelt. Kann Reiner also nur auf dem Schulhof mittun. Da saugt er begierig jedes Wort des tonangebenden Arztslags auf, der nach zwei Wochen Training natürlich bereits Fachmann für alles ist, und bald ist natürlich auch Reiner Fachmann, genau wie später bei den Metal Genres. Aber weil er keine Selbstkontrolle kennt und immer gleich ernst macht, lassen die Arztslags ihn bald nicht mehr mitspielen, weil das dann immer eskaliert. Heißt für Reiner, er ist bärenstark und unbesiegbar. 8.2 Gewalttätigkeitstheorie Reiner kommt aus erbärmlichsten Verhältnissen, die am Rande der Verwahrlosung liegen. Seine Nichtsnutze-Mudi fängt früh an, ihn rund zu nüddeln, so dass auch Grundschulreiner schon ein Fettkloß ist. Mit selbstgemachter Frisur und in den abgetragenen Klamotten der Nachbarsjungen kommt unser Butterkeks also in die Schule gemittelt und hat genau nichts vorzuweisen. Kein tolles Haus, keinen tollen Vater mit interessanten Beruf, kein Urlaub im Ausland, wahrscheinlich nicht mal ein Frühstück zum Teilen oder gar abgeben. Sportlich? Fehlanzeige. Reiner ist ein fauler fettesack. Durch schulische Leistungen kann er auch nicht glänzen. Und im Laufe der Jahre wird alles nur immer schlimmer und schlimmer. Solche Kinder werden gemieden. Wer sollte sich auch aus welchem Grund mit Reiner abgeben? Hat man doch nichts von. Im Albtraumhaus sah es bestimmt auch in den 90ern schon richtig scheiße aus, machen konnte man da auch nichts und her umliegende Süßigkeiten wird Räte sich schon einverleibt haben, bevor irgendwelche Kinder sich die nehmen konnten. Da gibt es nichts, was die lange Anfahrt irgendwie lohnen würde, also bleibt Reiner allein. Vermutlich war er auch eine dieser Volkspacken, die nie eine Kindergeburtstagsfeier hatten. Also wird er selber auch nicht eingeladen. Und dabei bleibt's. Reiner machte aus der Ablehnung, die ihm entgegenschlug natürlich gleich unverdiente Mobbing-Attacken. Mein Spekulatius ist nach wie vor, dass er irgendwann eins von den erbgeschädigten Sonderschulkändlern gehauen hat. Dann wäre er beide nur verhaltensauffälligen sofort und endgültig unten durch gewesen. Dies schlägt man nicht, das wissen Asi Kevin und Musel Morett ganz genau, so dumm sie auch sonst sind. Schlagen tut man nur seinesgleichen. Kastenwesen auf der integrierten Förderschule. Die Moos sind die unberührbaren. Und wenn Reiner dann noch schlechter vorliest als das fleißige Mädchen mit dem Bell-Syndrom, wird er natürlich zur Zielscheibe. Ihn darf man ja piesacken, er ist ja gesund zur Welt gekommen. Ein minderbemittelter, hässlicher, bettelarmer Fettsack, der auch noch lügt wie gedruckt, kommt bei Gleichaltrigen nicht gut an, egal wie alt er ist. Dass reine Schulzeit eine einzige Quillerei war, dürfen wir getrost annehmen. Und nutzlos war sie obendrein. Gelernt hat er nichts. Wenn man ihm gleich zum Totengräber in die Leere oder zum Scheißeschippen beim Hub erbauen oder gleich unter Tage geschickt hätte, könnte er zwar heute auch nicht lesen und schreiben, aber wenigstens wäre er in besserer körperlicher Verfassung. 9. Reines Gespräch mit A.B.S. Nach all den wunderbaren Jahren möchte Reiner immer noch verhandeln. Er glaubt immer noch, der ganze Hass und die ganzen Hänseleien und alles, was da schiefgelaufen ist, sei einfach nur ein riesiges dummes Missverständnis. Die dummen Heider haben einfach irgendwie verpasst oder von vornherein nicht kapiert, was für ein toller Kerl der Reiner doch eigentlich ist. Aber der Güterlord ist ja bereit, das zu vergessen und einfach nochmal von vorn anzufangen. Er glaubt halt immer noch daran, dass die Heider ihren Fehler irgendwie irgendwann einsehen werden. Und wie sein Lieblingslehrer aus der Mongorschule, der mit Engelsgeduld immer wieder von vorn angefangen hat, wenn Reiner mal wieder nichts gerallt hat, fängt auch Reiner Nimmermüde immer wieder von vorn an. Alle Jahre wieder schlägt er ein neues Blatt auf, kündigt bei der Gelegenheit gleich noch die nächste Qualitätsoffensive an und beginnt die Verhandlungen von vorn. Diesmal hat er gleich die Gelegenheit beim Schopf ergriffen, Verhandlungen mit A.B.S. zu beginnen. Und hat sich prompt hinreißen lassen, den für sich gewinnen zu wollen. Das kann Reiner nur auf eine einzige Art. Er versucht auf Däubel komm raus, sein Gegenüber zu beeindrucken. Das ist Reiners Art, Freundschaft zu schließen. Er muss die Bewunderung des Anderen erwecken, der muss zu ihm aufsehen und sich wünschen, auf Reiners Seite zu sein. So hat Rainer alle seine Freundschaften geschlossen, er hat sich an Leute rahmen gewonzt. Die ihn beeindruckt haben, was bei Reiners Klöterkop keine große Leistung ist, erkennt es nicht anders. Um Freundschaft zu erringen, muss er Anerkennung erringen. Dazu wartet er, bis der Andere etwas von seinen Interessen preisgibt, damit Rainer sich als Scanner auf genau diesem Gebiet präsentieren kann. Dann kommt es immer zu diesen wichtig-tourischen Versuchen zu fachsimpeln, markiert durch Wascho. Der Andere kann und soll an Rainer-Scanner-Kommentaren ablesen, dass Rainer und er beide absolute Superfaxe auf dem betreffenden Gebiet sind. Schade, dass RBS nichts von seinen Hobbys erzählt hat. Dann wäre Wascho Rainer zum Vorschein gekommen. Nur den Nachwuchs hat RBS ins Gespräch gebracht, aber da kennt Rainer sich nicht aus, da hat er nur artig gratuliert. Rainers zweite Möglichkeit, einen vermeintlich wohlwollenden Gesprächspartner zu beeindrucken Heldentaten, die Rainer im Laufe seiner unglaublich bewegten Vergangenheit vollbracht hat. Ein echter Teufelskerl, der Rainer, so einen wünscht man sich als Gumbel. Und wieder sind die Verhandlungen gescheitert. Und wieder weiß Rainer nicht, warum. Damit die Verhandlungen nicht ganz für Dickerz waren, erfindet er einfach ein neues Publikum. Gut, das sind keine Fans, dass er keine richtigen Fans hat, ist selbst in Rainers Spatzenhirn so langsam aber sicher eine Gewissheit geworden. Aber dieses Publikum ist wenigstens neutral. Die haben irgendwie irgendwo von dieser ganzen Drachenlord-Geschichte erfahren und verfolgen die Sache lang und intensiv genug, um RBS und die ganze Vorgeschichte zu kennen, aber sie sind trotzdem neutral. Das sind einfach neutrale, sachliche Beobachter, mit denen man verhandeln kann. Und denen hat Rainer Itzatla gezeigt, was für ein toller Kerl er ist. Der BS wird das zwar nie verstehen, weil er ein dummer Feißling ist, aber Rainer ist ihm trotzdem nicht bös. Immerhin gehört er zu einer aussterbenden Art. Die Heder werden immer weniger. 10. Arbeit und Finanzen 10.1 Winklers Arbeitsverständnis Rainer hockt also seit Freitag nonstop vor dem Videospiel und dadelt. Was soll er denn sonst machen? Soll er was am Haus machen? Soll er Büro machen? Er hat doch nichts. Ist mir manchmal ein Rätsel, womit Rainer eigentlich die Tage herumbringt. Gut, er steht spät auf, dann dauert's nicht so lang. Aber trotzdem. Naja, Itzatla machte halt Titanen. In seinem Spatzenherrn, das Rennen als Arbeit versteht, ist das Dadeln eines Kinderspiels womöglich auch eine produktive Tätigkeit. So stolz wie er auf seine Leistung ist, könnte das glatt sein. So stolz auf sich war er das letzte Mal, als er uns die endgültig völlig verramponierten Zimmer im Erdgeschoss vorgeführt hat, die er ja auch gemacht hat. Und nicht vergessen. Es gibt ja auf YouTube tatsächlich Leute, die mit dem möglichst schnellen, möglichst zielgerichteten Dadeln dieses Kinderspiels ihr Brot verdienen. Rainer zieht sich deren Ergüssereien, während er frisst, und er ist ja selber ein Let's-Player. YouTuber. Dass wir ihn nicht Dadeln sehen, das hat sein Dummkob noch nicht so ganz fertig gerendert. Er hält uns doch per Insta und flogs auf dem Laufenden, wie weit er schon ist, dass er einen Baum gebaumt hat und einen Fisch gefischt, was sonst keinem von den anderen Let's-Playern gelungen ist. Rainer denkt womöglich, dass er gerade hochqualitativen Let's-Player-Content raushaut. Er und die anderen sind jetzt gerade in diesem Moment die YouTube-Avangarde. Er kann sich absolut sicher sein, dass er genau zum richtigen Zeitpunkt genau das Richtige macht. Nämlich das neue Zelda-Zocken. Genau wie all die großen Ads-Adler. Dass er vergessen hat, auf Aufnahme zu drücken, mei, kann schon mal passieren, ist nicht seine Schuld, der Bildschirm und der Gräber oder was weiß ich fucken ihn halt ab und wollen nicht so. Wie er, aber in seinem endlich mal wieder von Glückshormonen durchfluteten Knallkopf, kommt diese Information nicht zurecht durch. 10.2 Geld vom Amt? Sehe ich anders. Rainer kommt ohne Amt auf großzügig geschätzte 600 Decken im Monat. Das reicht ihm. Hunderter Weg für Internet, Strom, Wasser, noch ein Hunderter beiseitelegen für Klamotten, Verschleißteile, Spargroschen, bleiben ihm mehr als 10 Euro pro Tag für Fressi. Rewe-Macaroni-Auflauf kostet doch nur 1,50. Andere Fixkosten hat er nicht oder ignoriert sie einfach. Krankenversicherer muss das Amt auch dann noch zahlen, wenn Fetty 100% Sanktionen hat. Und so wird's gelaufen sein. Rainer kümmert sich in Scheißdreck um irgendwelche Auflagen, Termine, Maßnahmen, sammelt als Strafe bald 100% Sanktionen. Abgemittelt hat er sich nicht, weil er sich halt um nix kümmert, er kriegt einfach keine Kohle mehr. Sein Lebensstil ist erbärmlich, aber Rainer ist was das anbelangt auch ziemlich anspruchslos. Ist ja auch nicht so, als hätte er in seiner Zeit als Türstopper beim Plaste Jakob große Sprünge machen können. Da hatte er nur noch ein Auto, der wo fährt und konnte wochenends mal in die Disco. Warum Rainer vermutlich kein Geld vom Amt mehr kriegt, dann würde er nicht striemen. Damit hält er sich über Wasser, aber es ist ein Knochenjob. Mittlerweile weiß er, dass ihm verlässlich jedes Mal, wenn er sich vor die Chem hockt, der blanke Hass entgegenschlagen wird. Und den hält er nur schwer aus. Er muss rumbrüllen, maulen, heulen und manchmal bleibt er tagelang weg, wenn er es gar nicht mehr aushält. Oder ignoriert den Shit, bis er zu stark getriggert wird. Das würde er alles nicht machen, wenn er dieselbe Kohle einfach so einstreichen könnte. Aber dazu ist er zu faul und zu blöd. Mit dem Amt hat er sich's verdorben. Er hielt sich ja längst so nen Mongorschein ausstellen lassen können, der ihn wegen Behinderung nicht vermittelbar macht, dann hätte er auch seine Ruhe vor irgendwelchen Maßnahmen, aber... Tja, schade, wieder zu faul und zu blöd. 10.3 Der Entschluss In diesem herrlichen Video ist doch der Scheitern schon mit drin. Rainer wird zur Teilnahme an einer Maßnahme gezwungen, in deren Verlauf er täglich zwei Bewerbungsschreiben raushauen muss. Bewerbungsschreiben, über die irgendeiner drüberliest und ihn dann zwingt, alle Fehler zu verbessern und den Scheiß so lange neu zu machen, bis man die Briefe auch abschicken kann. Kein Wunder, dass Rainer darauf keinen Bock hat. Jeder Tag eine neue Erniedrigung. Jeden Tag lachen sich die anderen Assis ins Fäustchen, gottfroh darüber, dass es einen solchen Oberhunk im Kurs gibt, sodass sie nicht selber das Schlusslicht sind. Jeden Tag muss Rainer mit den Tränen kämpfen. Und was macht er? Einsehen, dass er so wie es auch tut wichtige Skills hochleveln kann, wenn er hier am Ball bleibt? Haha, von wegen. Er entscheidet, dass ihm das nichts bringt, dass er nichts lernt und schmeißt die Brocken hin. Und fasst den Entschluss, ganz groß auf YouTube rauszukommen etc. Und lügt gleichzeitig, dass er ja trotzdem seine Bewerbungen schreiben wird. Wozu denn? Ich denke, er hat keinen Bock auf Arbeit und wird YouTube Star? Dann nimmt er sich vor, jeden Tag zu laufen, komme was da wolle. Na gut, heute nicht. Heute läuft er nur bis zum Häuschen und zurück, weil Gründe. Äh, ja genau, seine Gelenke machen nicht mit. Aber er ist sehr fit. Die 5 Kilometer der 10 Kilometer mindestens auf Emskirchen, die machen ihm gar nichts aus. Er schnauft zwar wie eine alte, kaputte Lok und der helle Schweiß rennt ihm in Bächen den Rücken runter, aber egal. Ehrlich ist in diesem Video eigentlich nur die herbe Enttäuschung darüber, dass er Arielle nicht positionieren konnte, weil die dumme Alte ihm gesagt hat, dass er ein ekelhafter Fettsack ist. Also, er ist jetzt nicht enttäuscht von seiner eigenen Disziplinlosigkeit, er ist enttäuscht von Arielle. Aber sie hat einen Nerf getroffen. Er sieht ein, dass es so nicht weiter geht. Und wie richtig bemerkt, dann watschelt er eine Runde übers Feld, bis er sich die Situation wieder so weit schön gerettet hat, dass es doch so weiter geht. Genau so. 10.4 YouNow YouNow ist Pflichtprogramm. Ob er will oder nicht, Rainer muss sich vor die Chem hocken und die Frispins einheimsen, sonst geht in der Schanze das Licht aus. Das hätt er kapiert. Also hockt er sich hin, obwohl er dabei aus den Augen schwitzt und in immer regelmäßigeren Abständen die ständige Erniedrigung nur mit Fresse und Sauvie ertragen kann. Eine neue Rainer kommt in Form Staffel wird es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht geben. Wozu auch? Rainer glaubt allen Ernstes, er habe die breite Statur eines Bodybuilders. Sein Leib wird von Jahr zu Jahr grotesker, aber bei ihm ist einfach null Leidensdruck vorhanden. Seine Organe versagen ihm den Dienst und er kann seinen Pimmel nicht mehr sehen, es ist ihm inzwischen einfach egal. Ist ja auch viel bequemer, einfach zu behaupten, er bewege sich regelmäßig und nehme erfolgreich ab. Die beschörten Let's Plays sind nach wie vor in der Tat harte Arbeit für ihn. Seine Kapazitäten, sowohl was mentale und motorische Fähigkeiten als auch seine Ausrüstung anbelangt, werden durch die Herstellung hunderter Folgen zockerer Doku tatsächlich bis zur Leistungsgrenze gefordert. Natürlich alles vollkommen für die Katz. Ist schon so, wie Professor Schnabel sagt. Täte er das nicht, wäre er endgültig kein YouTuber mehr. Und dann wäre er ja besiegt. Aber er geht doch unbeerbar weiter den Weg des Kriegers. Jeder andere YouTuber wäre längst auf der Strecke geblieben – nicht so Rainer, der Unbesiegte. In seinem kaputten Hirn ist das eine Leistung, auf die er stolz ist. Die letzte Bastion. Sein selbst verordnetes Schicksal. Ist aber vermutlich nur noch eine Frage der Zeit, bis er sich aus Bequemlichkeit oder weil die Hardware endgültig kaputt geht neu definiert. Dann kommen entweder neue Videos auf dem Hauptkanal, oder er stellt die YouTube-Kacke endgültig ein und nennt sich fortan Younauer. Hat er gleich wieder ein Thema, das er breit treten kann. 10.5 Sozialhilfe Adel Ach was! Löhe Sozialhilfe Adel bezeichnet eine über Generationen sich etablierende Abhängigkeit, in der Passivität und fehlende Lebensplanung quasi vererbt werden. Ohne diese generationenübergreifende Vererbung hat doch der Begriff Adel gar keinen Sinn. Es geht jedoch nicht um Leute, die auf Staatskosten wie irgendwelche Fürsten in Saus und Braus leben, sondern um Leute, denen Abhängigkeit in die Wiege gelegt wird, weil ihnen niemand Antrieb und Fleiß beibringt. Trifft auf Rainer nichts zu. Seine Modi war und ist zwar eine grotesk-fette, grotesk-faule Schlampsau, aber die lag und liegt nur irgendwelchen Assipuls auf der Tasche, die dumm genug waren und sind, ihr Schwanzende in so einen Abschaum von Frau reinzuhalten. Rudi war zwar ein dummer Assipol, aber soweit uns bekannt er werbstätig. Rainer ständiges Gelüge über seine berufliche Vergangenheit und seinen Fleiß beweisen ja immerhin, dass ihm bürgerlichen Werte wie Pflichterfüllung und strebsames Bemühen durchaus bekannt sind und auch erstrebenswert erscheinen. Rainer ist halt nur zu dumm und zu eingebildet, um fleißig zu sein. Er hatte eine kurze Phase, in der er sich angestrengt hat, aber Erfolg und Anerkennung blieben aus, stattdessen wurde ihm schmerzlich bewusst gemacht, was für ein fetter, dummer Hurensohn er eigentlich ist. Also hat er der harten Wirklichkeit den Rücken gekehrt und wurde YouTube-Star. Auch hier folgte einer kurzen Anstrengungsphase gleich die Ernüchterung, aber es gibt halt nichts mehr, wo er sonst hin könnte, also hält er an seiner Internet-Karriere fest. Außerdem kann er hier die Stimmen, die ihn darauf hinweisen wollen, was für ein dummer Hurensohn er ist, mit dem Hinweis auf Held und Mobbing zum Schweigen bringen. Genau wie die Fotzen von Jäger und Sammler. Alle Kritik an uns ist nur böse hartes Pech, weil wir schwul, Mose, Weiber sind, da hören wir nicht drauf. Stattdessen bilden wir uns was darauf ein, wie mutig wir Zivilcourage gegen den Held zeigen. Ach, und der Staat hätte Reiners Erziehung übernehmen sollen? Ja, wie denn? Man hätte Säuglingsreiner seinen nutzlosen Eltern wegnehmen und ihn in geregelten Verhältnissen aufwachsen lassen müssen. Das hätte funktioniert, aber dafür fehlt ja jede rechtliche Grundlage. Da könnte man ja gleich die ganzen Assyprilse im Lande zwangssterilisieren, wenn man so anfangen wollte. Und ansonsten? Wer sich der Maßnahme vom Amt widersetzt, kommt ins Gulag. Ei, warum nicht gleich in den Fn und dann die Asche in die Eieruhr, da lernt er dann endlich mal das Arbeiten. 10.6 Alternativen Was muss man eigentlich tun, um mit YouTube aufzuhören? Na, gar nichts. Man veröffentlicht keine Videos mehr, fertig. Deshalb will Rainer ein Video veröffentlichen, indem er ankündigt, keine Videos mehr zu veröffentlichen, jetzt Adler. Das ist doch alles wieder faul und dumm. Kann natürlich auch sein, dass die Auge langsam anfängt, unserem Rainer erwähnen, auf die Füße zu treten. Muss er wohl oder übel ein paar Bewerbungen raushauen. Oder sie packen ihn wieder in so einen Idioten-Kuss, in dem er lernt, sich wie ein normaler Mensch zu benehmen und wie man kniet und Demut zeigt. Davon hat er dann nach spätestens zwei Wochen die fette Schnauze gestrichen voll und erfasst dann wieder den Entschluss, so richtig mit YouTube durchzustarten. So wie damals nach dem Harzfelze-Debakel. Bleibt irgendeine stumpfsinnige Tätigkeit, die er nach Anleitung unter Aufsicht ausführt. Wäscheklammern zusammensetzen, Gussnitte abfallen, Regel einräumen, Lastwägen ausräumen, Müll aufsammeln, und Kraut jäten, Rasenmäher schieben, Teller waschen, sowas in der Art. Zugegeben, viele dieser Dinge würden ihn in seiner jetzigen körperlichen Verfassung an die Leistungsgrenze bringen, aber wenn er durchhält, ginge es auch bald bergauf. Es gibt ja auch Kontenbetrieb, bei dem man nichts verkaufen muss. Im Getränkemarkt das Leergut annehmen zum Beispiel. Gut, er müsste zählen, aber nur im Zahlenraum bis 20. Werden in Franken nicht viele Brezeln gegessen? Es gibt doch noch keine Maschine, die Teigwürste zu Brezeln formt, oder? Das ist Handarbeit, nicht anstrengend, nur stumpfsinnig. Nach ein, zwei Wochen geduldiger Anleitung könnte Rainer das auch. Genau wie Wegmänner formen, oder Cocktailkirschen auf die Sahnetörtchen legen, oder einen Sackmandeln schälen, Nüsse knacken und mahlen, Brötchenteig abwiegen, Semmeln halbieren und mit Margarine beschmieren und nach Feierabend die Etage fegen. Die verqueren Arbeitszeiten passen auch zum YouTuber-Schiff-Hhythmus. Und er wäre die ganze Zeit unter Aufsicht und könnte keinen Blödsinn machen. Und weil jeder seins erledigt, gibt's auch keine Quellen mit Kollegen. Klingt seltsam, aber es könnte tatsächlich klappen. Rainer könnte in einer Großbäckerei Hilfsbäcker werden. Man dürfte nur nicht den Fehler machen, ihm tatsächlich das Handwerk beibringen zu wollen. Einfach nur etzatla steckst an jedes Dörtchen eine Kjaschnah und dann tust jedem Stutenkerl abpfeifen gehen und inzwischen drin a wenng. Zu Eile antreiben. 10.7 Qualifikationen Naja, hier ist halt das Problem, Rainer hat keinen qualifizierten Schulabschluss. Sein erster Fehler war, nach der Baumschul nicht mal auf die Suche nach einer Lehrstelle zu gehen. Irgendein ihm oder seinen Eltern wohlgesonnener Arbeitgeber hätte sich des dicken Dummeiles möglicherweise erbarmt. Aber Rainer hat sich gleich als Zeitarbeitssklave verdingt und vermutlich immer nur darauf geachtet, möglichst wenig zu tun. Deshalb hat ihn auch kein Arbeitgeber übernommen. Und so ist's halt er sich mit der Lehre, der Zug ist abgefahren. Wer nimmt denn als Lehrjungen einen fast dreijährigen Fettsack ohne Abschluss oder Berufserfahrung? Jetzt kann er bestenfalls noch Hilfstulie werden. Sein zweiter Fehler war, nach Rudis Einbuddelung in der Schanze hocken zu bleiben. Das war sein größter Moment, da ist er zum Lord geworden und hat richtig einen auf dicke Hose gemacht. Dabei war damals schon abzusehen, dass ein fauler Sonderschulversager niemals in der Lage sein wird, die Schanze zu halten, und sie stattdessen völlig versaubeuteln und verramponieren wird. Eine Lehre hätte er auch mit 18 nur mit viel Glück gekriegt. Aber nach Rudis Abtritt hätte man sofort die Schanze verkaufen und von dem Erlös für Rainer irgendeine neckrige Einzimmerbude in Erlangen oder Nürnberg anschaffen müssen. Und mit viel Bewerbungsfleiß und Hilfe von Amts wegen hätte es dort möglicherweise einen Job für ihn gegeben, bei dem er in verantwortungsvollere oder zumindest besser bezahlte Aufgaben hätte hinanwachsen können. Aber jetzt ist alles aus. Man kann noch spekulieren, ob die Schulden oder die Baufälligkeit schneller sein werden, ihm die Schanze zu entreißen. Ich glaub ja, die Schulden werden das Rennen machen. 10.8 Uhr Verdachtsmomente Warte mal. 49 Streams mit einer Gesamtlänge von 2.023 Minuten, macht im Durchschnitt gute 2.040 Minuten pro Stream. Muss man halt die extra Kurzdinger rausrechnen, bei denen ruiners Bornleitung nach wenigen Minuten abschmierte, dann passt das. Aber jetzt. Knapp 90.000 Bars in 2.023 Minuten? Das wären mehr als 40 pro Minute. Die kleinste Einheit sind 50 auf einmal. So eine Spende müsste pro Lead, das Ruine abspielt, zwei bis drei Mal reinkommen. Wer seine Streams mal erlebt hat, weiß, dass das nicht der Fall ist. Da passiert oft Minuten lang gar nichts. Also Großspenden? 1.000 Bars auf einmal würden guten 20 Minuten 50 Spenden Dauerfeuer entsprechen. Müssten also auch drei pro Stunde reinkommen, wenn sonst nichts oder wenig passiert. Dem ist aber auch nicht so. Zumindest nicht in den Streams, die ich in den letzten Tagen zur Blutdrucksteigerung hab ablaufen lassen. Da stimmt doch was nicht. Kann es sein, dass in dieser Gesamtrechnung alle Spenden zusammengerechnet erscheinen? Also wenn die Leute in seinem Chat 50 Likes oder Heiratsantrag oder Popup-Message posten, kostet der Dress ja auch Bars. 1. Die kriegt Ruiner nicht einfach gespendet und ausgezahlt, da knappst Juetsatlar sicherlich noch einen größeren Anteil von Weg. Die Juno-Juden veröffentlichen nicht, wie viel die Premium-Gifts, also 50 Likes und Sohn-Schrott, den Streamern einbringen. 1. Vom Wert der tatsächlichen direkten Tipps muss Ruiner aber nochmal 30 Prozent abdrücken. 2. Wird's bei den Geschenk-Bars also vermutlich noch mehr als 30 Prozent sein. Trotzdem kommt Monat für Monat genug Juno-Kohle rein, dass Ruiner sich davon Fresse und Zichten und Anetschi kaufen kann. Das reicht. Der ganze Rest wird einfach ignoriert. Krankenversicherung? Pahaha, er ist doch nicht krank. Strom, Wasser, Internet. Wenn er das einfach alles nicht zahlt, drehen die ihm trotzdem nicht den Saft ab. Alle Vierteljahr kriegen die mal ein Honey rübergeschoben, dann halten sie schon still. Und der Stromzaun hält auch den Eintreiber vom Hof. Auto, der wo fährt? Ist et Sattler-Auto, der wo nicht mehr fährt? Bringt Frau Pop halt den Driss vom Rewe mit. Müllabfuhr? Wenn man den Müll einfach im Erdgeschoss entlagert, spart man übers Jahr wieder ordentlich Kohle. Grundsteuer? Pferdblüh? Lass das mal die Mama machen. Macht sie nicht? Stromzaun. Traurige Tatsache ist einfach, dass Leute, die in der glücklichen Lage sind, keine Miete zahlen zu müssen und eben sonst keinen Fick geben, mit 400 Decken im Monat fein über die Runden kommen. Dafür muss Rainer in seinem Leben halt auch auf sehr viel mehr verzichten als nur auf Löschzwerge am Monat sende. 10.9 Verdienen und bekommen Auch wenn unser Qualemann hundertmal behauptet, er würde Kohlen verdienen, wird das nicht wahr. Er verdient nichts. Er kriegt was gespendet. Das hat er nicht verdient, verdient es nicht und wird es nie verdienen. Die Spenden sind völlig unabhängig von seinen Taten. Gibt halt mitleidige oder dumme Leute, die ihm was schenken. Und die Aufrechnung zeigt ja, dass die ihm was schenken, dass sie nicht selber zahlen müssen. Friespens, Leute! Junau ist bereit, Kohlen zu zahlen. Junau zahlt, solange Spender das virtuelle Geld in echtes Verwandeln und es Rainer zuwerfen und Rainer es auffängt. Dass aus diesem Zusammenspiel kein Verdienen wird, ist ziemlich klar. Man darf auch nicht vergessen, dass Rainer nicht genug geschenkt bekommt, um wirklich davon leben zu können. Nicht mal annähernd. Er hat in weniger als fünf Jahren YouTuber-Junauer-Karriere stolze 15.000 Euro Schulden gemacht. Nicht durch Anschaffungen, Kredite oder sonst welche Investitionen, sondern einfach deshalb, weil sein monatliches Einkommen nicht gereicht hat, die monatlichen Fixkosten zu decken. Diese einfache Tatsache geht nur nicht in reines Spatzenherrn, weswegen er auf einem Fehler im System beim Stromanbieter beharrt. Aber natürlich hat er die Kohl nicht, um die vergessenen Zahlungen auszugleichen. Hatte er auch nie. Auch vor der Stromlustaffel stand er mehrfach mit dem Rücken zur Wand. Erinnert sich noch wer daran, dass Claire die Zutaten für Pfannkuchenpikant selber mitbringen sollte, weil Rainer zu pleite war zum Einkaufen? Das Drachenmobil wird auch nie mehr flott. Die dringend anstehenden Reparaturen an der Schanze werden niemals durchgeführt werden. Und schon gar nicht wird Rainer sich je irgendeinen Wunsch erfüllen können, der über das Budget eines 14-Jährigen hinausgeht. Von mir aus. Rainer arbeitet nicht, muss aber trotzdem nicht verhungern. Das liegt aber nicht daran, dass er irgendwas geschafft hat, sondern daran, dass er nur billig Müll frisst. Und vermutlich wird er häufiger Hunger schieben, als wir das wissen. Wenn er besonders gereizt und übellaunig vor der Chem hockt und auf Mildegarden wartet, liegt die mieselaune vermutlich oft genug am Hunger. Und wenn's dann endlich wieder was gibt, schlägt unser Felsack an sich ohne Maß und zieht die Wampe voll. Rainer ist einen Unglücksvoll vom Nichts entfernt. Was, wenn der Rechner abraucht? Das Schanzen doch wirklich schadhaft wird? Irgendeine Behörde eine vierstellige Forderung stellt? You know the Freespins update? Rainer hat keine Absicherung, keine Rücklagen, keinen Plan B. Zurzeit hält ihn das Mitleid dummer Leute über Wasser und sein Spatzenhirn macht erfolgreiche YouTube-Star daraus, der auf dem Weg nach ganz oben ist. In den letzten drei Jahren ist er mehrfach knapp an der Katastrophe vorbeigeschrammt und sein Zustand hat sich immer weiter verschlechtert. Obergeschoss unbewohnbar, Auto kaputt, immer weniger Freunde und Helfer. Nur das Glück, das bekannterweise ja mit den Dummen ist, hat ihn bisher nicht im Stich gelassen. Aber Rainer muss immer wieder Glück haben, das wohlverdiente Verhängnis nur einmal. 10.10 Ansprüche Bitte nicht vergessen, dass Rainer völlig anspruchslos ist. Er fristet eine Existenz, die normale Menschen als trostlos, erbärmlich etc. einschätzen würden und ist vollauf zufrieden damit, denn sie beweist ihm, dass er ein toller, erfolgreiche YouTuber auf dem Weg nach ganz oben ist, ganz einfach, weil er überleben kann, ohne zu arbeiten. Bei deinen Zahlen hat er ca. 17 Euro pro Tag. Fixkosten? Keine. Null. Nada. Rainer zahlt keine Versicherungen, keine Rentenbeiträge, erst recht keine Steuern. Das YouNow-Geld ist für ihn wie Taschengeld für einen Siebtklässler. Asche zum Verpulvern. Rewe Macaroni kosten 1,50 pro Schale. Ebenso Rewe Tiefkühlpizza. Wenn er ausschließlich solchen Müll frisst, kann er sich 2500 Kcal für ungefähr 7 Euro gönnen. Energy ist teuer. Monster kostet 1,80 für 0,5 Liter. 3 am Tag bringen die Kilokalorien auf rund 3000 und die Ausgaben auf 12,50. Für den Rest. Kitten, Grillkohle, Alkohol. Richtiger Raucher ist Rainer nicht und Schnaps gönnt er sich auch nur, wenn's mal wieder richtig bass geregnet hat. Solche Luxus-Ausgaben machen wohl hochgerechnet 1,50 pro Tag aus. Bleiben pro Tag 3 Euro oder im Monat ein knappe Hunderte. Alle Vierteljahr kriegen der Internetmann und der Strumpfritze was, damit die den Haar nicht zudrehen, den Rest trägt Rainer am ständig runderen Leib. Der Wall wächst natürlich der Schuldenberg, aber was soll's? Aus nem Stein kann man kein Wasser drücken. 10.11 Winkler und der Geldregen. Meine Güte. Ja, so einer von vier oder fünf Strimms spült ihm eine Ladung Kohlen in den Keller. Dann ist unser Mopsi aufgekratzt wie nichts Gutes, grinst und hampelt und freut sich wie nausch. Dann sitzt er wieder drei Stunden lang trübsinnig vor der Kamera und wartet auf Kleingeld. Und insgesamt reicht die Kohle haarschaf für Fresse und ein paar Unterschichtsbelustigungen wie seine Kanakenpfeife und eine Dumbo-DVT. Schon ein Friesor-Besuch ist nicht drin, vom Bestreiten ganz regulärer laufender Kosten mal ganz abgesehen. Und um sich selbst in diese letztendlich doch nur prekäre Situation zu katapultieren, hat Mopsi die letzten zwei Jahre seines Lebens geopfert. Für lau. Rechnet das doch mal auf, ihr Neidhammels. Mehr noch. Die endgültig letzten zwei Jahre, in denen er sich irgendeine Perspektive hätte erarbeiten können. Jetzt ist die Flaschenpust endgültig vorbeigeschwommen. Und dann. Ohne Premium-Header langfristig kein Drachen-Game. Wenn Rattenjunge an Streifenbesteiger jetzt a b es in die Versenkung folgen und einfach mal alle ein Vierteljahr nix machen, ist's mit Mopsi auch vorbei. Der liefert ja nix mehr, was Aufmerksamkeit verdient. Gehnende Langeweile alle wo. 10.12 Stromkosten Ach, Leute. Der Durchlauferhitzer macht's. Wenn irgendein Schulversager in unserem schönen Land den Strom abgeklemmt kriegt, ist so gut wie immer ein Durchlauferhitzer im Spiel. Aus der durchschnittlichen Dusche rinnen pro Minute zwölf Liter Wasser. Um zehn Liter Wasser zu erhitzen, braucht es eine Leistung von einer Kilowatt. Macht also bei zehn Minuten taglich, und Rainer hat's ja gern heiß, gute zehn Kilowattstunden pro Tag nur fürs Duschen. Sind bei euren Tarifen, 30 Cent pro Kilowattstunde, schon drei Euro am Tag oder mehr als 4.300 Euro in vier Jahren. Nur fürs Duschen. Solche Scherze wie mit dem Wasserdampf des Durchlauferhitzten Wassers die Nasszelle in eine Sauna verwandeln sind da noch gar nicht eingerechnet. Und wenn Rainer wirklich regelmäßig eine halbe Stunde unter der heißen Dusche steht, klettern die Kosten sehr schnell. Ins Astronomische. Eine einzige solche Luxusdusch-Session kostet ihn circa 10 Euro. Mit einer Kilowattstunde kann Rainer eine Minute lang heiß duschen oder seine Rindermaschine fünf Stunden lang auf Hochtouren laufen lassen. Macht also locker nochmal drei Kilowattstunden pro Tag fürs Rindern und Hochladen, und Zocken und Wichsen, oder nochmal 1400 in vier Jahren. Das sind schon mehr als ein Drittel der Schuldenmenge nur vom Duschen. Und der Rindemaschine. Heizkosten gehen da noch oben drauf. Guten Abend, Drachenofen. Ein Raummeterofenfertiges Brennholz kostet übrigens so um die 80 Euro. Holz kann man nicht einfach aus dem Wald holen und es verfeuern, weil sonst giftige Abgase entstehen können und eine Versottung des Schornsteins droht. Eine was? Eine Durchdringung der Mantelsteine eines Kamins mit Wasser, Teer und Säuren. Die stinkt zuerst wie nasser Fuchs und macht dann den Schornstein kaputt. Holz muss man schneiden, rändern, hochladen, spalten, sägen, trockenlagern, harte, zeitraubende Arbeit, die sich Rainer natürlich nicht macht. Schade, denn so könnte er Geld sparen. Ein Raummeterpolterholz, den er aber tatsächlich noch aus dem Wald karren müsste, kostet nur die Hälfte. Aber gerade weil das Holzmachen eine Drecksarbeit ist, die jedoch auch ein ausgewiesener Dolivier Rainer erledigen könnte, trennt sich auch der Dörfler ungern ohne Zahlung von seinem hart erschufteten Holz. Rainer sollte also lieber nicht mit Holzspenden rechnen. Was ist ein Raummeter? Ein Kubikmeter gestapeltes Holz. Holz wird nach Volumen gehandelt, nicht nach Gewicht. Da sind natürlich jede Menge Zwischenräume mit bei Holzhändler alle Waldduden. Ob der Drachenofen an der Heißwassererzeugung in der Schanze beteiligt ist, weiß ich nicht. Bin aber fast sicher, dass das Wasser per Steckdosenstrom erhitzt wird. Da klingelt die Kasse eh schon. Um ansonsten einen Winter lang die Schanze bewohnbar zu halten, benötigt Rainer ungefähr 20 Raummeter Holz. Also. Nicht lecker warm, sondern bewohnbar. So, dass die Leitungen nicht platzen. Wären zumindest theoretisch nochmal so 400 Euro Holzkosten pro Monat für das nächste Vierteljahr. Haha, niemals. 11. Schwergewichtwinkler 11.1 Abnehmerfolge Wäre rein theoretisch durchaus drin. Ein tägliches Defizit von guten 700 Kilokalorien anspreche. Eine Gewichtsabnahme von einem Kilo alle 10 Tage. Selbst ein Träger-Fettsack von reines Format könnte sich also noch gute 1500 Kilokalorien pro Tag knaschieren und würde trotzdem in Jahresfrist seine 30 Kilogramm verlieren, sogar 35 wären locker drin. Und alles, was Rainer dazu tun müsste, wäre nur ein wenig auf die Ernährung zu achten. Wasser und schwarzen Kaffee statt Energies, Schwebschwerb und Milchzuckerplöre, das wäre ein Anfang. Und dann einfach nicht mehr aus Kummer und Angst und Frust ständig Berge von fettigem Zeugs. Einfachen. 1500 Kilokalorien pro Tag sind alles andere als ein Hungerregime. Scheitert natürlich schon daran, dass Rainer seine Kalorien nicht gezählt kriegt, weil er im Zahnbereich über 100 nicht mehr fehlerlos addieren kann. Ich frage mich nur, wie unser Schwabbel ständig auf die Idee kommt, irgendwelche Abnehmefolge zu verkünden. Die Leute können ihn sehen, Gott verdomme. Kriegt er das nicht in seinen Spatzenheern, dass er sich nur Dinge ausdenken und herbeilügen darf, die man nicht sehen kann? Aber er scheint ja auch wirklich und ganz im Ernst davon überzeugt zu sein, eine Bodybuilder-Figur zu haben. Und fragt andere Bodybuilder unter seinen Zuschauern, ob denen auch die Gelenke so schmerzen und sie auch Schwierigkeiten haben, Treppen zu ersteigen und durch Türen zu passen, man kann es sich doch echt nicht mehr ausdenken. Was für ein Riesenspinner, ich dreh noch durch hier. 11.2 Belastungsgrenze von Sitzmöbeln Wenn Rainer weiterhin seine Abrissbirne von Arsch in die durchgefrutzte Couch hineinschleudert, macht's schon sehr viel früher wie der Knacks und das Ersatzsöffer ist auch hinüber. Halbes Jahr, dann ist soweit. Ne dritte Couch hat's in der Schimmelschanz nicht auf Lager und herkömmliche Stühle sind Rainers Abrissbirne von Arsch nicht mehr gewachsen. Die Schanzenstühle sind vermutlich alle eh schon so abgeranzt, dass sie sich beim ersten Mal, wenn Rainer sich auf sie schleudert, in ihre Bestandteile auflösen. Und Rainer hat so sehr geschafft, dass die Anschaffung einer neuen Sitzgelegenheit deutlich außerhalb seiner finanziellen Mitte liegt. Ganz abgesehen davon, dass er keine Möglichkeit hat, ein Möbelgeschäft aufzusuchen. Auf schmerzenden Füßchen gehen Emskirchen zu Mätteln, einen Zug in die richtige Stadt nehmen, Spießrutenlauf durch die angeekelten oder belustigten Blicke der Passanten bis ins Gewerbegebiet, im Möbelhaus Riesensitz kaufen und dann die ganze Odyssee zurück, keine Chance fürs Rheinerle. Ach, was rät ich. Irgendeine von diesen haltlosen Franken-Pfutzen wird dem armen Fettsack schon eine Sperrmüllcouch in die Rumpelbude stellen, sobald das derzeitige Sofa ebenfalls das zeitliche gesegnet hat. Leider. 11.3 3500 Kalorien. 1000 Kilokalorien Energy 1 Liter. 1200 Kilokalorien Ofenkäse. 600 Kilokalorien Käse Macaroni. Eine Packung. 600 Kilokalorien 2 Salami Brötchen. Noch 2 Tassen Kaffee mit weißer und Zucker und Talar, 3500 Kalorien. Für Frühstück, Mittagessen, Abendessen und einen Liter Energy. Ist dann auch ziemlich egal, ob er statt Energy Kohle oder Schnaps oder Bier mix säuft ist auch egal, ob er sich abends seine süße, süße Ofenküsse reinzieht oder wieder eine Großpackung auf Backbrötchen mit Ketchup und Käse überbackt, oder im Sommer ein Pfund Schweinefleisch mit Ketchup begießt. Auch ohne Chips und Schokolade zwischendurch kommt er schon locker auf das anderthalbfache seines Grundumsatzes. Wenn er nur klug genug wäre, bei den Getränken auf kalorienfreie Versionen umzusteigen, würde es ihm wirklich nicht sehr schwer fallen, sein Gewicht zu reduzieren. Naja, zumindest anfangs nicht. Aber auch mit 10 weggehungerten Kilos wäre Rainer noch. Ein veritabler Fettesack. 11.4 Abendessen Analyse. Nee, bist du nicht. Deine Erklärung stimmt schon. Ja gut, Rainer nimmt auf dem Abrissbirnenbild auch eine sehr seltsame Pose ein, aber der Lemmy auf seiner Vorderseite ist ja nicht so vollumfänglich zu sehen wie auf dem zweiten Bild. Es ist schon so, dass der optische Eindruck entsteht, er so im Profil zu sehen, obwohl er sich eigentlich eindreht und die Plauze in voller Pracht in einen sehr unvorteilhaften Winkel rückt. Das legendäre Abrissbirnenbild ist außerdem von unten aufgenommen, die Kamera steht tiefer und zeichnet ein sehr erschreckendes Bild des Elends auf. Habe auch erst gedacht, da sei dran herumgespielt, bis ich mir die ABCDF-Zusammenfassung gegeben habe. Dann habe ich das Abendessen vom Herd genommen und in den Mülleimer geworfen. Ja ja, Lebensmittelverschwendung. Hast Rainer ja wie nichts sonst. Geht ihm natürlich nicht auf, dass die ganzen Kohlehydrate, die er sich in die Fressluke schiebt oder glückern lässt, alle ausnahmslos verschwendete Lebensmittel sind. Bei dem gerade noch Lebendgewicht ist es doch völlig überflüssig, oben noch mehr Nährmittel nachzufüllen. Rollo, alle. Rainer könnte inzwischen eine komplette Schwangerschaft lang, neun Monate, von Wasser- und Vitamintabletten leben und bräuchte überhaupt keine Kalorien. Alles Verschwendung. Und was er dafür Geld sparen würde, da ist ja das Ende von weg. Fast ein Drittel seiner Stromschulden beraten könnte er und hinterher wäre er nicht vollkommen abgemagert, sondern nur noch a wenng pummelig statt aufgedunsen wie nichts Gutes. Das Gemüse hat er gestern nicht gegessen. Eh, Gemüse. Das tun wir hier in diese Plastischschüssel und werfen es dann morgen weg. Heute erst mal drei Schafnudeln auf den Teller trug uns zum Nachtisch noch eine Furegrieß mit Zucker drauf. Ernsthaft, Leute, schaut euch doch mal an, wie Rainer sich eine Portion selbst serviert. Flatsch, Flatsch, Flatsch. Ohne zögern erst mal drei dicke Schäpp auf den Teller klatschen. Statt erst mal eine und dann. Essen uns dann eventuell noch Nachschlag, nein gleich ansatzlos drei Schaf vorlegen. Abbildung 4, kleiner Bauch des Winklers, ca. November 2017. Gehe inzwischen davon aus, dass irgendein unbelehrbarer Nachbar Rainer einen Sarg Kartoffeln geschenkt hat, die Rainer sich jetzt einverleibt, um Geld zu sparen. Die Fünferpackung Schweineschnitzel, das muss auch annähernd ein Kilo Fleisch sein. Schürt unser Oger sich Renner zwei Tage nahe, die zweite Hälfte noch schön paniert und mit Sahne drauf. Man muss ihm zugute halten, dass das Zeugs, das er sich da selbst kocht, nicht annähernd so giftig. Und so wieder und ekelhaft ist wie der Industriemüll, den er sich sonst so gnadenlos ins Gesicht drückt, aber die Mengen, Gott wär domme, die Mengen. Völlig haltlos, völlig übertrieben. Wenn er jetzt sonst nichts essen tät, von mir aus, aber er muss sich ja direkt nach dem Aufwachen erstmal 600 Kilokalorien Backwerk nahe schüren, Gott wär domme. Dazu Wasser Kostet nur ein Viertel von dem, was Schwippschwapp kosten wird, wenn man sich's leisten könnt. Das und die Kocherei statt Bestellservice legen ja nun wirklich den Schluss nahe, dass in der reine Kasse große Flaute eingezogen ist. 11.5 Kochwinkler Von wegen gekocht Er muss nach seinen Nudeln schauen, wer sagt euch denn, dass es sich bei denen um irgendwas anderes handelt als um haargenau die gleichen Fertignudeln, deren Pappschachteln sich neben seinem PC stapeln? Fetty stellt sich vor die Kamera, um uns dann doll aufgeregt von seinen Followern vorzuschwemmen, dann fällt ihm ein, dass er etwa währenddessen ja eine Packung Nudeln erhitzen könnte, also schnauft er zum Ofen, stellt die Nudeln rein, schnauft zurück vor die Kamera und redet belanglosen Stuss. Dann fällt ihm ein, dass Nudeln verkohlen, wenn man sie zu lange im Ofen lässt und er schnauft nach unten, um festzustellen, ob die Nudeln etwa schon verkohlt sind. Dann schnauft er zurück vor die Kamera und labert irgendeinen Scheiß. Dann schnauft er nach unten, holt die verkohlten Nudeln aus dem Ofen, verbrennt sich dabei das Patschehändchen und schleudert die verkohlten Nudeln zu Boden. Dann schaufelt er sie mit seinen Greinfingern zurück in die Packung, hockt sich vor seinen Bütze und frisst die Scheiße auf einen Sitz auf. Dann leckt er die Schachtel aus. 11.6 Hosengröße Was aber eigentlich noch bemerkenswerter ist. Über die zusehends verläuteten Leibchen des Leibchen Lutz wird ja hier alle Handlei geschrieben. Aber was ist mit unten rum? Rainer hat noch genau eine Hose, in die sein kugelrunder Fettarsch hineinpasst, eine Jogginghose unbekannter Machart aus Vollplaste. Vollplaste Leute! Was glaubt ihr, wonach dieses Beinkleid inzwischen riecht? Nach Kabelabrieb, Einsamkeit und Drochenwixxer? Reines Körper wird immer und immer birnenförmiger. Sein Wanst ist gar nicht so furchtbar, ok, schon ziemlich furchtbar, aber man findet Schlimmeres ohne groß suchen zu müssen, was aber wirklich abstoßend ist, ist der kugelrunde Drachenarsch, der schon auf der Höhe des Rittenbogens beginnt. Irgendwie sind da wohl weibliche Hottentortengene in den Lad reingekommen oder sowas. Aber auf jeden Fall hat er definitiv nur eine Hose. Und die ist aus Plastik. Das Scheißdings von Idiotenhose besteht zu 65% aus Plaste und zu 35% aus Baumwoll. Und hat satte 64 cm Taillenweite. Aber Rainer kriegt sie nicht über seine Elefantösen-Kackstelzen gezogen. Liegt aber nicht daran, dass sein Arsch wie eine Wampe aussieht und auch nicht daran, dass seine Wampe inzwischen wie ein Arsch aussieht, einschließlich stinkender Klafte in der Mitte, nein, das liegt am Stoff, der zu zwei Dritteln aus elastischer Plaste besteht. Es ist einfach alles schier nichts zu fassen. Und wie damals beim Wix-Video, wenn das schon alles so hanserbemmlich und unsaglich beschämend ist, warum um alles in der Welt veröffentlicht Rainer es trotzdem. Er ist nicht nur dumm genug, sich aus der größten Übergröße rauszufressen, die sein Metal-Drecksauversand für hart am Leben gescheiterte Kindsköppe zu bieten hat, er dokumentiert das auch noch und befindet das hochnotpeinliche Ergebnis für Material, das dringend veröffentlicht gehört Eds Adler. Rainer ist wirklich immer einmal dümmer als das Jahr die Polizei erlauben sollte. 12. Das Schicksalsjahr Wir kennen ja alle die ach so traurige Geschichte von Raines Schicksalsjahr, als es knüppelig kommt. Rudi dort, Job weg und alles zu seinem Geburtstag. Rainer benutzt die Geschichte ja gern als Mitleidsgenerator und um zu zeigen, wie er halt schon immer angesichts unvorstellbarer Rückschläge und beugsame Stärke bewiesen hat. Tatsächlich sieht die Sache natürlich ein wenig anders aus. Denn mit diesem Doppelschlag beginnt für Rainer eine großartige Zeit, die er seitdem in vollen Zügen genießt. Rudi dort Bedeutet nichts anderes als das Ende einer Tyrannei, deren Ausmaße wir nur erahnen können. Das wenklische Weibsvolk verlässt fluchtartig das Albtraumhaus, um nie 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 wieder dorthin zurückzukehren. Es dauert nur Wochen, bis es im ohnehin schon deslitten Erdgeschoss der Schanze endgültig aussieht wie bei Crackneggers, komplett mit Sprühdosenfarbe an Decken und Wänden. Rainer hat jetzt endlich, endlich Internet. Und ist ganz allein. Ein fetter, hässlicher Sonderschüler, der vorher nur zu den Damen und der Wäschmodellen im Motto-Katalog fixen konnte, darf Ed Sadler endlich die für seine Generation verbindliche Pornosozialisierung nachholen, und schießt sich prompt den ohnehin schon gestörten Trieb rettungslos kaputt. Sonst hat Rainer nichts. Also, keine Kontrolle mehr, niemand, der ihn zu irgendwas zwingt, ihn fertig macht, Ansprüche stellt, einfach nichts. Himmlische Ruhe Ohne Arbeitsverpflichtung kann Rainer jetzt endlich das tun, was er schon immer tun wollte. Nach Herzenslust herumgammeln, täglich stundenlang dadeln oder im Internet abhängen und sich hin und wieder mit den noch sporadisch gepflegten Sozialkontakten aus der Normalwelt volllaufen lassen. Immerhin hat er permanent sturmfreie Bude und, noch, reichlich Geld. Besäufnisse mit diversen Nichtsnützen vom Dorfe sind da, noch, ziemlich regelmäßig, bis es Rainer nach und nach gelingt, mit seinen Allüren und seinen unnachahmlichen Schrulligkeiten diese letzten Kontakte zur Außenwelt zu vergraulen. Den Nichtsnützen fällt natürlich auch auf, dass jegliches Weibsvolk die Chance nach wie vermeidet wie ein Pestspital, da eilt dem Albtraumhaus wohl ein schlechter Ruf voraus. Also gehen Sie lieber irgendwo hin, wo auch Weiber sind. Rainer zieht sich also ins Ida net zurück. Da muss es doch irgendwo noch Leute geben, die ihn hofieren? Foren, ach nee, da muss man lesen und schreiben können. Was dann? Idee. Ich könnte ja mit der Kraft der Musik, da muss man nichts können, was? Ich nicht kann, das muss doch zu schaffen sein. 13 Ein Dorf gegen Winkler 13.1 Die Nachbarin Die Nachbarin ist ja auch nicht zugereiste, die schon deswegen im Dorf nichts zu melden hat. Rainers mundartliche Färbung nimmt in dem Ausmaß zu, wie er die Beherrschung verliert. Der vor Wut zeternde und tobende Rainer ist genau wie der besoffene Rainer des Hochdeutschen überhaupt nicht mehr mächtig. Ziemlich sicherer Indikator dafür, dass Rainer nicht versucht, irgendwen zu imitieren, sondern sein Dialekt tatsächlich die Rainer'sche Ursprache ist. Außerdem, von wem sollte er denn wann und wie gelernt haben, einen Dialekt zu imitieren? Rainer hat in seinem ganzen Leben noch nie von irgendwem irgendwas gelernt. Ich denke, man darf getrost davon ausgehen, dass Rainer's Mundart haargenau die seiner nichtswürdigen Mutter und seines wertlosen Vaters ist. Kann ja sein, dass Ritter ursprünglich aus dem Nachbardorf kommt und die Bauern zu Lister schon. Wieder ein wenig anders daherreden. Diese Nachbarin muss wohl auch eine rechte Biskun sein. Ohne jedes guten Tag wird gleich mal auf den endlich in Erscheinung tretenden Rainer losrementet. Da hätte sie wohl von jedem ein Halsmaul zu hören gekriegt. Rainer muss natürlich sofort vor Wut Jebsend und aus den Augen schwitzend das halbe Dorf zusammenbrüllen. Sonder schön, dass das halbe Dorf in seinem Simon vorkommt, was der und der Dahiner und die Ober- und Unne alle schon gegen ihn, den armen Rainer, verbrochen haben, das geht ja auf keine Kuhhaut. Alle haben sie sich gegen ihn verschworen. Und immer, wenn irgendwas ist, ist's automatisch dem Rainer sei schuld. Der arme Rainer. Da muss ich ja gleich mit weinen und aus den Augen schwitzen. Scheint ja gut zu gären in dem Kuh-Kaff. Na hoffentlich hat die Pferde-Fotzen wirklich ihren Mut zum Rainer geschickt, damit der mal paar Watschne verteilt oder so. Und für die Nordlichter unter uns, Fotzen bezieht sich in reines debiler Mundort nicht auf das Geschlechtstall, sondern das Mundwerk. Und eine bisgundbissige Gurre, ist die Bezeichnung für eine zänkische Frau. 13.2 Dorfbewohner Man darf nicht vergessen, wie abgelegen und gottverlassen Rainers direkter Wohnort tatsächlich ist. Da fällt jedes neue Aufkleberchen am Laternenpfahl sofort auf, und wird natürlich gleich beklagt als Niedergang des Abendlandes. Außer sich ein dickeres Fell wachsen zu lassen, was sollen die armen Händewäldle denn machen? Reine freundlich bitten, seine Internetaktivität zu beenden? Reines Antwort ist ein schallendes Fick-Dich. Und jetzt? Sollen sie ihn verprügeln? In den Feuerwehrteich schmeißen? Dem Dorf heiligen Opfern? Die Hinterwäldle sind auch nur ganz normale Bürger. Nur ein wenig schüchterner, ein wenig harmoniebedürftiger und introvertierter als der Durchschnitt. Deshalb leben sie ja freiwillig am Arsche der Welt. Auf Wettbrüllen mit dem Drachenlord haben die auch nicht mehr Bock als sonst wer. Eher weniger. Also schneiden sie in höchster Not heimlich das Internetkabel durch und hoffen, Rainer sei zu blöde, um den Schaden zu beheben. Es hilft ihm ja nicht das ganze Dorf, sondern nur ein oder zwei Nachbarn. Und was sollen die auch anderes machen? Stell dir doch mal vor, du lebst in der ländlichen Einöde in einem Windskaff mit 50 Einwohnern. Die kennst du alle persönlich und sie dich. Dein Nachbar ist der Dorftröttel. Botteslich, grotesk fett, kein Schulabschluss, keine Arbeit, keine Frau, nichts in Sicht. Haust im zusehensverläutertem Elternhaus, das auch nie wirklich gut ausgesehen hat? Und der steht jetzt vor der Tür und fragt dich, ob's du heut ne vielleicht noch zur Rewe fährst? Und ihn mitnehmen könntest? Er weiß natürlich genau, dass du gerade im Begriff bist, zum Supermarkt zu fahren. Lügst du ihn an, sagst ihm, du fährst nicht? Mit dem Fettsack in der Öffentlichkeit unterwegs zu sein ist eine echte Belastung. Und er stinkt das Auto voll. Also bietet man ihm alternativ an, ihm die Sachen mitzubringen. Es gehört schon eine gerappelte Portion Arschigkeit dazu, einem Bekannten, der dringend Hilfe braucht und danach fragt, diese Hilfe zu versagen. Die Leute mögen Rainer nicht, aber er hat ihnen ja auch nichts getan. Wie sollen sie ihm denn jetzt die Tür vor der Nase zuschlagen? Natürlich gibt es keine rechtliche Handhabe dagegen, dass einer tut und lässt, wozu er Bock hat. Es kann ihn auch keiner zwingen, dem Internet fern zu bleiben. Man kann auch keinen Kuhenspastendorf-Verbot erteilen, schließlich leben wir in einem freien Land. Und natürlich kann Rainer nicht für den Blödsinn irgendwelcher Kuhenspasten zur Verantwortung gezogen werden. Und natürlich wirft ihn auch niemand in den Feuerwehrteich. Wir sind hier nicht im wilden Westen, Gott wär domme. Hätte aber er keinen Sinn. Rainer ist unbelehrbar. Was man machen könnte. Alle Dörfler ignorieren ihn vollständig. Helfen ihm mit nichts und wenn er ankommt und was will, kriegt er die Tür vor der Nase zugeschlagen. Dauert nicht lang, dann macht die Schanze zu und Rainer zieht ins, ach, was weiß ich. Sozialwohnung oder Einrichtung oder Knast. Macht natürlich nicht jeder. Weil's einfach asozial und arschig und unchristlich ist. Nochmal. Franken ist nicht der wilde Westen. Und bevor man jemandem die Nachbarschaftshilfe versagt, der sie offenbar drängend braucht, denkt wohl an jeder daran, dass er selbst auch schnell man in eine Situation geraten könnte, in der er drängend Hilfe braucht. Und handelt's dementsprechend. Und deshalb können alle 50 Altschauerbege etzatler mal gepflegt ihre Furzen halten und sich nicht so anstellen. Solange ihr eine helft, bleibt er da und wird von Spasten besucht. Wenn ihr hart und brutal seid, dann muss der Fettsack weinend in die Welt hinaus. Dann seid ihr ins Wahllos, aber dafür dann Arschlöche. So oder so kaputt. Pech gehabt. 13.3 Dorfverbot Wer meint, ernsthaft meint, dass die Gemeinde Dorfverbot aussprechen kann, sollte sich mal den Kopf untersuchen lassen. Wir sind doch hier nicht im wilden Westen. Bitte verkaufen Sie Ihren Besitz und ziehen Sie Weg, weil Sie uns unsympathisch sind. Herzliche Grüße, die Gemeinde. Wie bekloppt seid ihr eigentlich? Und dann Ritter. Diese vollgesoffene Druckermöse, dieses fette Stück Dreck und kümmert sich selber um die Angelegenheit? Die hat sich im Leben noch um nichts gekümmert, außer darum, wo der Nächste vor so viel kommt. Jo und nach dem Fiasko am Heldsfelssee hat er auch gesagt, dass er dringend sein Leben ändern muss. Sieht man ja, wie gut das geklappt hat. Rainer ist zu blöde, sich eine neue Wohnung zu suchen. Ritter und Ramona ebenfalls. Bleiben nur die derzeitigen Beschäle von Ritter und Ramona. Sollte einer von denen gesteigertes Interesse ein reines Umzug haben, sucht er eine geeignete Ranzhöhle aus und verfrachtet Rainer dahin. Aber warum sollte einer der beiden Macker Interesse daran haben? In die Drachenschanze wird wohl niemand einziehen wollen und kaufen wird den Schröbel auch niemand. 13.4 Sachkundigkeit der Dorfbewohner Wir wissen ja ohnehin nicht, wie tief die Schauerberger in der Materie sind. Willi Gimmel, 2016 Nein, natürlich nicht. Die Schauerberger haben sicherlich keine Ahnung. Die leben zwar seit mehr als 20 Jahren in Sicht und Rufweite vom Albtraumhaus, aber Ahnung haben die sicher nicht. Rainer hatte vor Beginn seiner Internetkarriere sicher den Ruf eines sehr umgänglichen, wenn nicht gar höflichen jungen Mannes, der bei seinen Altersgenossen im Dorf ebenso beliebt war wie bei deren Eltern und Lehrern, niemals als schlechtes Beispiel herhalten musste, sich niemals dumm halten zu Schulden kommen ließ und auch ganz sicher keinen Töchtern aus den Nachbarhäusern mit ebenso hartnäckigen wie dummdreisten Erwassen nachgestiegen ist. Zweifellos hat Rainer diese tadellosen Umgangsformen von seinem Vater übernommen, der ganz sicherlich eine der Stützen des Dorflebens war, stimmgewaltig im Männergesangsverein, Stammgast im Gottesdienst und dreifacher Schützenkönig, aber bestimmt kein Sonnerling mit Neigung zu Gewaltausbrüchen, der sich in seinem Bastelschippen vor der eigenen Familie und dem eigenen unkontrollierbaren Jezorn versteckte und das älterliche Anwesen völlig verleutern ließ. Und Rainers Mama erst, ihre gewinnende Art, ihre zuvorkommende Freundlichkeit und vor allem die völlig selbstlose Liebe, die sie ihrem Umfeld ebenso wie den eigenen Kindern zukommen ließ, sorgte ganz bestimmt dafür, dass jeder im Dorf eine stille Träne zerdrücken musste, als sie urplötzlich und völlig unerwartet das Albtraumhaus verließ. Nein, die Altschauerberger wissen sicherlich nicht, wer da in ihrer Mitte hinter einem mit nahezu übermenschlicher Gerissenheit aufrechterhaltenen Fassade von Wohlanständigkeit und Lebenserfolg eigentlich sein Unwesen treibt, und das noch dazu im Internet, wo alles gleich dreimal so wichtig ist wie am echten Leben. Wie gut, dass es Willi Gimmel gibt, der hier Aufklärungsarbeit leistet. Der Dank der Dörfler, denen es natürlich wie Schuppen von den Augen fallen wird, ist ihm gewiss. Klar, erst werden einige a wenng wütend auf ihn, aber letztlich ja doch auf sich selbst sein, weil sie jahrzehntelang so getäuscht wurden über das wahre Wesen des Rainer. Wehe aber dann, dann wird sich ihr heiliger Zornbahn brechen und sie werden den Rainer mit Schimpf und Schande, und Fackeln und Mistgabeln, aus dem Dorf jagen. Dem Willi aber werden sie in der Kirsch a Kerzenort zünden, sakradia und halleluja cfix. 14. Neues von der Schanze 14.1 Der Schanzen-Countdown Das ist der eigentliche Countdown. Wenn's in drei, vier Jahren anfängt, in die Drachenschanze reinzuregnen, ist endgültig Schicht im Schacht. Vorher könnten wilde Blus-Ruiner nicht aus dem Weltnetz entfernen. Oder ein besonders harter Winter bringt noch vorher die Wasserleitungen zum Beisten. 14.2 Glanzrus Oh wie schön! Wenn der Winter noch recht fein lang wird, bricht an der Schanze doch noch Feuer aus. Das Zauberwort heißt Glanzrus. Die entsteht im Rinneren des Schornsteins, wenn man im Ofen statt trockenem ordentlichem Brennmaterial irgendwelches Zeug verfeuert. Setzt sich gern auf dem Wärmeüberträger fest, dann bleibt's kalt, obwohl man ständig heizt. Und das schönste ist, Glanzrus ist brennbar. Und entwickelt wirklich ganz unglaubliche Temperaturen. Mehr als 900 Grad sind's da locker drin. Sieht man erst, wenn oben aus dem Schornstein die Flammen schlagen. Dann ist's schon zu spät. Glanzrus nicht mit Wasser löschen. 900 Grad! Aus einem Liter Löschwasser werden dann zappt sie ab 1700 Liter Wasserdampf und Klickreppens fliegt dir der Schornstein um die Ohren. Zu dem beschabelten Kochvideo sag ich besser nix, sonst steigt der Blutdruck wieder. Nur so viel. Dass im Hause Winkler das Aufreißen von Nahrungstüten und Erhitzen ihres Inhalts als kochen gilt, lässt tiefe Einblicke in Rettes Haus wirtschaftliche Fähigkeiten zu. Kein Wunder, dass ihr Sohn genauso faul und scheiße ist. Er sieht ja auch immer ähnliche. Aber wie gut gelaunt er ist, weil's gleich Fressi gibt. Ein Körbchen Pommes mit Sahne und zwei Schnitzel dazu. Das hebt die Stimmung. 14.3 Das letzte Refugium. Waschbecken. Aber ja. Reines Lebensmittelpunkt ist erzeit klar sein alter Gremskrin-Raum. Man geht im Erdgeschoss rechts hinter der Treppe am Bad vorbei. Die Küche liegt gegenüber. Dem Schielböckchen hat er das damals alles gezeigt. Das Fenster ist heute mit einer ranzigen braunen Decke verhängt. Der Gremskrin ist vor die gegenüberliegende Wand gewandert. Bei der alten Roomtour hängt er noch vor dem Fenster, durch das Rainer heute beim Strimmen immer rausluckt, ob Besuch kommt. Das Waschbecken neben dem, heute verhängten, Fenster gut zu sehen. Das ist heute hinter ihm, Rainer strimmt mit Blick Richtung auf das Badezimmer. Der angrenzende Raum mit der neckischen roten Lampe und dem ultrageilen Fliesentisch aus echtem Amor ist heute Rainers Schlafzimmer. Die ausgehängte Tür ist wohl längst zertrampelt und neigschiert worden, stattdessen weht im Durchgang heute ein ungewaschenes Werbefinchen der Kapelle in Siferum. Ob er den Bauschutt rausgekehrt hat, bevor er seine Furzkulle dort aufgestellt hat, vermag ich nicht zu sagen. An der himmelblauen Wand sieht man die Couch, auf der Rainer heute in den Tag hineinsicht. Damals lag einfach irgendein Schröbel drauf. Das waren noch Zeiten. Man schwankte während der Roomtour beim Anblick der desselten Räumlichkeiten schon zwischen Belustigung und Ekeln. Aber damals war die Schanze, verglichen mit heute, noch in einem passablen Zustand. Gut, passabel war sie auch damals schon nicht, aber wenigstens gab's noch Tapeten und Türen und Rainer konnte noch beide Etagen benutzen. Heute lebt er im eigenen Haus wie ein Untermieter. Ein ungeliebter Untermieter, von. Dem Mann hofft, er zieht bald aus. Die Hinterstube, in der er sein kümmerliches Restleben fristet und sich nachts in den Schlaf weint, ist die Abseite, in der vor gar nicht allzu langer Zeit Oma Winkler den grimmen Schnitte erwartete, der sie endlich fort aus dem Albtraumhaus und heimführt. Bei Rainer ist's auch bald so weit. Dieses Bild von seinem Arsch, da habt ihr doch dran rumgedoktert, oder das sieht ja bald aus wie bei einem Zintauchen. 14.4 Das drohende Ende Nach wie vor mein Favorit für das Ende der Drachenschanze. Mangelhafte Kaminreinigung und reiners dummes Schürverhalten Wenn man unpassendes Material nahe schürt, alles, was mehr als 20% Restfeuchte hat, zu wenig Verbrennungsluft zuführt, den Schmirus im Schornstein durch zu geringe Verbrennungstemperaturen kondensieren lässt, oder auch die Asche im und vorm Ofenrohr nicht regelmäßig gründlich entfernt, entsteht im Kamin der sogenannte Glanzrus. Und der ist selber brennbar und kann durch Flammen oder auch Funken entzündet werden. Zack, Schornsteinbrand. Bei einem Schornsteinbrand steigt die Temperatur schnell auf Drachenfeuerhöhe. Im schönsten Fall explodiert dann der Schornstein. Das wäre das Ende der Schanze. Und weil Rainer todsicher seit 2009 rumsitzt in der irrigen Annahme, der Schornsteinfeger müsse sich bei ihm melden und nicht umgekehrt und weil der Schornsteinfeger für seine notwendige Arbeit kohlen haben will, reines Spatzenhirn die Notwendigkeit dieser Arbeit aber todsicher nicht einsieht, wird der Schanzenschlot vermutlich, hoffentlich, seit Jahren nicht ordentlich gereinigt. Wurde ja auch jahrelang einig genutzt. Wenn Rainer jetzt aber wieder jeden Winter irgendwelches Zeug nischiert, rums, dann geht die Bude hoch. Eine Schornstein-Explosion ließe die bis zum Rand mit Unrat voll gepremste Schanze in Nullkommanichts bis auf die Grundmauern abbrennen. Und ohne Schornsteinfeger Einsatz zahlt keine Versicherung der Welt da auch nur einen Pfennig. Ist wie gesagt mein Geheimtipfes endgültige besiegt. Wäre passend und poetisch gerecht, weil der selbst erklärte Drachen nicht nur durch sein angebliches Lieblingselement ruiniert würde, sondern natürlich auch durch seine ganz ureigene Dummheit und Besserwisserei. Schaden nur, dass die Drachennachbarn vermutlich Spielverderber sind und den Kaminkehrer für Rainer mitbestellen und bezahlen. Denn wenn Albtraumhaus und Nebengebäude erst lichterloh in Flammen stehen, ist für die dahinterliegende Nachbargebäude auch alles vorbei. 14.5 Freiwilliger Auszug? Freiwillig jedenfalls nicht. Frage ist nur, was früher passiert. Erstens, Schanze wird durch Vernachlässigung endgültig unbewohnbar, dann zieht Rainer. Vermutlich in dieses kleine Waschhäuschen zwischen Schanze und Werkstatt schütten und lässt allen Schröbel, den er nicht täglich nutzt und mit umzieht einfach in der Ruine für Rollten. Stromversorgung erledigt er via Verlängerungskabel. Zweitens, Schanze wird ein Opfer der prekären Finanzlage. Finanzamtstaffel kommt doch noch. Oder sowas. Dann ist Rainer gefickt, denn keine Sozialwohnung bietet ihm den Platz, seinen ganzen Schröbel mitzunehmen und eine vernünftige Auswahl kann er auch nicht treffen. Er wird völlig wahllos drei vier Kartons mit Schrott vollstopfen und den mitschleppen, der Rest wird weggeschmissen. Warum Ritter und Ramone nach wie vor keinen Anspruch auf ihren Erbteil erheben, habe ich mich auch schon oft gefragt. Meine Vermutung. Rainer hat verzichtet. Der hat sowas wie Niesbrauch eingeräumt bekommen und darf in der Schanze wohnen und sie versaubeuteln, ist aber nur wirtschaftlicher Eigentümer. Der große Eigentümer und Rechtsinhaber ist die Erbengemeinschaft Ritter und Ramone. Sobald die Verenbadefrist verstrichen ist, baut's, verschärbeln die Weiber die Schanze, streichen allein die Kohlen ein und Rainer kann sehen, wo er bleibt. Die Weiber sehen aber auch, dass in dem Fall Rainer womöglich bei einer von ihnen einziehen wollte und darauf haben sie keinen Bock. Also hoffen und warten sie, dass Rainer entweder endlich Vernunft annimmt und in eine Sozialwohnung zieht oder vom Herzkasper dahin gerafft wird. 14.6 Rainer Winkler – Ein Fall für betreutes Wohnen? Und obendrein schon wieder der Unsinn mit betreutem Wohnen oder Pflegeeinrichtung. Leute, Rainer ist sehr wohl in der Lage, seine völlig verkrachte Schmarotze Existenz ganz allein weiter zu führen und sein Restleben ganz ohne Intervention vor die Wand zu fahren. Was so Kleingeister wie Wirrsindividuell unter halbwegs vernünftiges Leben versteht, war bei Rainer sowieso niemals drin. Der Mann hat keinen Schulabschluss und mit fast 30 insgesamt keine drei Jahre lang gearbeitet, was anderes als rumhocken und irgendwem zur Last fallen wird er nie, da braucht er keine Betreuungseinrichtung. Brauchen die restlichen vier Millionen Herzis in unserem Land ja auch nicht. Die YouTuber-Existenz ist einfach nur eine frivole Zwischenepisode in Rainer sowieso schon verpfuschtem Leben. Sobald er die Schanze verjuchst hat und wieder hart zer ist, lässt er den Quatsch sowieso sein, schon aus Faulheit. Und dann der Quatsch von wegen niemand wird ihm eine Wohnung vermieten. Oh doch, ihm und jedem anderen Hildre auch. Weil so die Miete garantiert vom Amt kommt und man auch Schrottimmobilien vollstopfen und vergolden kann. Meine Güte, manche Leute hier. 15 Videospiele Rainer ist nun schon seit Tagen nicht im Internet aktiv, weil er völlig begeistert ein neues Videospiel spielt. Nach eigenem Verständnis ist er ein YouTuber vom Stamm der Let's Player, also Soheinis, die sich selbst dabei filmen, wie sie Videospiele spielen. Also warum zum Teufel nochmal gibt es nicht schon stundenlikes Videomaterial, das Rainer beim Genuss seines neuen Videospiels zeigt? Seine Besessenheit, seine Begeisterung und Freude wären doch tatsächlich aufzeichnenswert, da könnte doch Material entstehen, das Leute, die sich für dieses beknackte Videospiel interessieren, auch tatsächlich sehen wollen. Jeder, der sich das Spiel zulegt, wäre doch in derselben Situation wie Rainer. Aber nein, Rainer tut nichts dergleichen. Zum einen, weil seine Schrottausrüstung daran scheitert, ihn weiter dadeln zu lassen, während er ein Video hochlädt. Und er will halt weiter dadeln. Oder ist das ein Konsolenspiel? Dann bräuchte er doch gar keine neue Ausrüstung? Zum anderen, weil er natürlich nicht einfach so ein neues Format starten kann, ohne das vorher wiederholt umständlich angekündigt zu haben. Außerdem ist das, was das Material tatsächlich sehenswert machen würde, sein Meistern eines ihm unbekannten Spiels, genau das, was Rainer nicht zeigen will, denn da könnte er sich ja a-a-weng dumm anstellen, Fehler machen. Das mag Rainer nicht. Er will sich selbst als Ober-Dartler präsentieren, dem auf Anhieb alles glückt. Okay, bei Skyrim hat er auch lauter Blödsinn gemacht und es trotzdem veröffentlicht, aber damit war auch schnell Schluss. Und schließlich und letztendlich ist er einfach zu faul und zu bequem. Videos produzieren ist eine harte Anforderung an ihn, an der er auch nach jahrelanger Erfahrung gern mal scheitert. Und Ed Sattler will er halt in Ruhe dadeln und sich nicht um den ganzen Video-Rotz kümmern müssen. Er ist tatsächlich für seine selbst gewählte Leidenschaft zu blöde und zu faul. Gott wer domme! 16 alter Egos Interessant, interessant. Hier haben wir Rainer ganz allein, ohne fremden Input. Hier wird er ganz auf das schwache Blubbern seines eigenen Hirns zurückgeworfen und das Unbewusste bricht sich Bahn. Er und nur er muss sich hier eine Geschichte ausdenken, die er erzählen will, die er für erzählenswert hält. Und sie handelt von seinem nach wie vor ärgsten Trigger. Der Arbeitslosigkeit. Rudi hat in dieser Sache wirklich ganze Arbeit geleistet. Reines alte Egos liegen herum und widmen sich ihren niedrigsten Trieben, dabei ist die Aggression freilich nie fern. Der Selbsthass wird immer schön projiziert, ironischerweise auf eine andere Version des Selbst, reines Alternativ-Egos, die aufeinander losgehen, gänge wirklich fast als gelungener Psychologen-Scherz durch. Dann kommt der Schöpfer zurück, der sie alle erschaffen hat, aus dessen mächtigem Pensi, wo ist eigentlich dein Stab? Sie alle in die Welt gesahnt wurden. Die Überfahrt der Figur und natürlich kommt sie von der Arbeit. Nicht einfach irgendeine Arbeit, obwohl es natürlich irgendeine sein könnte. Nein, der Arbeit. Die hier nicht als Tätigkeit vorkommt, sondern als Sehnsuchtsort, das gelobte Land der richtigen Männer mit einer gescheiten Arbeit. Und augenzwinkernd macht der nette Papi die Söhne darauf aufmerksam, dass sie jetzt im Spiel versuchen sollen, ihm zu gleichen. Nicht wirklich, er ist ja auch nicht wirklich bös auf sie. Aber sie sollen so tun, als ob. Mehr will er nicht. Der scherzhafte Anspruch des Sohns auf Bezahlung ist die scherzhafte Aufforderung des Vaters, sich im Spiel an die Arbeit zu gewöhnen. Aber bevor es ernst werden kann, ist die Geschichte lieber schnell vorbei. Mehr davon bald lieber nicht. 17 Rudi Winkler 17.1 Rudis Taten Was Rudi gemacht hat In der Schule hart versagen Trümmerleute ficken und heiraten Maroden Bauernhof erben Marodenhof verkommen lassen Malochen und Malochen und trotzdem auf keinen grünen Zweig kommen Falsche Entscheidungen treffen Augen vor der Zukunft verschließen Satz der Gewalt sehen Endlich ins verdiente frühe Grab fahren Was Rudi nicht gemacht hat Abui Auslandsurlaub Sex mit einer geilen Alten Verantwortung übernehmen Sich um Haus, Hof, Frau, Kinder kümmern Endlich mit dem Saufen und Rauchen aufhören Gutes Vorbild sein Sich mal zusammenzureißen, Gott wär dumme Frag mich, ob Rudi beim Lesen auch alles was gesagt hat Spaß, der hat doch nie irgendwas gelesen 17.2 Tracker Rudi Eine der hartnäckigsten Räuberpistolen im Game Rudi sei Drucker gewesen Geht nur darauf zurück, dass Reiner ein Bild von Rudis geliebtem LKW veröffentlicht Dieser LKW ist keine Sattelzugmaschine Wie ein Drucker sie nutzen würde Nein, bei dem Gezeigten LKW handelt es sich um einen ziemlich betagten Pritschenwagen Damit war Rudi sicherlich nicht in den 90ern auf Achse mit Terminfacht, Gott wär dumme Mit sowas beliefert die örtliche Brauerei ihre Bezieher, oder der Bauunternehmer fährt damit seine Materialien und Werkzeuge auf die Baustelle, wo er grad mauert oder Dachstuhl oder Fenster oder Heizkörper installiert Rietas neuer Schicke ist Drucker Rudi war einfach irgendein Dorfmalucke, der Bierflaschen in seiner Werkstatt gebunkert hat, das Haus seines Vaters verkommen ließ und Stindy Grem darüber, dass seine Alte immer fetter wurde, in ein frühes Grab getrieben hat 17.3 Erziehungsmethoden Ah komm, geh weiter Was Erziehungsschellen bei Reiner bewirkt haben, kannst du heute live auf YouNow bewundern Wer meint, ernsthaft meint, dass Rudi nicht alle Tage wieder im Sufffrau und Kind verdroschen hat, kann sich weghängen Kaum ist die Sau endlich abgekratzt, verlassen alle Weibe die Schanze und tun fortan so, als würde dieser Ort des Schreckens einfach nicht mehr existieren Schön verdrängen, schön Schutzmechanismus, schön Katze streicheln Bei Reiner haben die Schellen eine Vergötterung des Mannes bewirkt, dem er trotz intensiven Kampfsport-Trainings körperlich immer unterlegen war Reiner hält sich für einen wirklich harten Hund, aber Rudi konnte ihn selbst im Sufff noch spielend fertig machen Also verirrt er ihn heute wie Weilands die Muselbanden ihren Bruce Lee Also legt er Rosen auf sein Grab und deckt sie noch, wenn mal Besuch kommt Das Loch in die Tür des Schwesterzimmers, das hat natürlich die Schwester selbst eineigschmaßt und nicht etwa der Rudi, als er im Sufff an die süße, süße Köst dahinter wollte 17.4 Internetverbot Zumindest wusste er, dass es besser ist, wenn seine Ruinelle kein Internet bekommt Schon wieder falsch Rudis Internetverbot hatte nichts mit eventueller Sorge um das Tun und Treiben seines Stammhalters zu tun Wie auch sonst nichts, was Rudi so getan oder gelassen hat, unbedingt mit Sorge um seine Familie zu tun hatte Wat der Bauer nicht kennt, frisst er nicht So einfach Rudi kannte sich mitm PC-Ads-Adler nett aus, also hat er beschlossen, dass man diesen ganzen modernen Roths halt nett braucht Ihm kommt des Kargin da nett nett ins Haus, nur über meine Leiche Kannste haben, du Ritterficker Und die ganzen Rudi-Wischteer hier können mal daran denken, dass die einzige Mulle, die diese Knalldeb klar machen konnte, die nicht nur ein wenig unansehnlicher Druckermöse Ritter war Das ist sein größter Erfolg Sich von einer Matschkuh, die mit 30 aussah wie 64 zwei Kinder anhängen zu lassen, die auch volljährig ums Verrecken nicht wissen, wo im Satz man ein Komma oder einen Großbuchstaben setzt Nicht, dass Rudi das je gewusst hätte Ausbuddeln, Kopf abmachen und Inhaltsscheißen, Gott wär domme 17.5 Arbeitslos Dass er arbeitslos war, hab ich nicht gesagt Ich geh davon aus, dass er dumm und V war Ein vernagelter Dorftolje ohne Ambition oder auch die geistige Kapazität Ambitionen in die Tat umzusetzen Schau dir den doch an Er hat ein heruntergekommenes Drecksloch am Arsche der Welt und kriegt es in 30 Jahren nicht mal hin, irgendwas daran zu modernisieren oder auch nur den Verfall der Schimmelschanze aufzuhalten Da pfeift's doch schon seit Jahrzehnten durch alle Löcher Der Verzicht auf so neumodischen Dreck wie das Internet oder Auslandsreisen lässt natürlich genauso auf Rudis immense Bildungsaffinität schließen wie die unendliche Mühe, die er sich mit seinem Stammhalter gemacht hat Wie wichtig im Schulbildung war, spiegelt sich ja auch in reines bemerkenswerten Zeugnissen wider Rudi war ein erzblöder Hilfsknecht, für den selbst auf dem Plattenland nur der letzte dumme und urheelich Ladenhüter zum Ficken übrig blieb Und von dieser Matschku lässt er sich dann zwei Kinder anhängen, die er genauso verkommen Lässt wie seinen Erbhof Was für ein Hirni Pseudoanalysen Von mir aus Meine Erklärungsversuche basieren auf beobachtetem Verhalten, denen ein Erklärungsansatz zugemessen wird Wenn du irgendwo Einwände oder bessere Vorschläge hast, immerher damit 18 Rita Winkler 18.1 Die Person Rita Lass dich regelmäßig von Rudi durch die Hecke ziehen Zwei Kinder, eins dümmere als das andere Dein Unterschichtsmänner hat noch eins bankert mit irgendeiner anderen Drulla Hause in einer Müllhalde, die du völlig verkommen lässt Werde immer fetter Mann tot Neustart als Trakermöse Gleich wieder in einer Müllhalde Nein, Rita trinkt wahrscheinlich so gut wie nie und wenn, dann nur ganz wenig Weil läuft ja auch so bei ihr, hat sie ja überhaupt keinen Grund, sich volllaufen zu lassen Traubenstampfer dummer Stampfer Also, nur damit ich dich recht verstehe, die Schauerberger haben Rainer so satt, dass sie ihn nach Kräften unterstützen und ihm helfen, wo sie können Ach so, ja dann Rita war und ist eine faule Fat Food, die selber nur mit Ach und Krach die Hauptschule Geschafft hat Geschafft hat Bildungstern bis dahin aus Die hat in ihrer Ehe nichts mehr gemacht, außer immer fetter und fetter zu werden Vermutlich, damit Rudi sie nicht mehr besteigen mag und sie damit um die Erfüllung ihrer ehelichen Pflichten herumkommt 18.2 YouTube-Kenntnisse Ritas Und weil die fette Trakermöse keinen Plan von der Welt hat, weiß sie auch genau, was Abos und Klicks sind, nee? Eben nicht Rita ist zu dämlich, er zattler auch nur den Kanal ihres Sohnemanns auf diesem YouTube-Dings dazu finden Wenn man will, dass solches lumpen Proletariat Inhalte im Weltnetz aufruft, muss man ihnen einen Link schicken und eine Anleitung im Bildchen, wie man einen Link anklickt Die Trakermöse hat in ihrem Leben nie irgendwas hingekriegt Sich von Rudi durch die Hecke ziehen lassen, das ist ungefähr so erbärmlich wie Pfandflaschen sammeln am Hauptbahnhof Und das ist Ritas Lebensbilanz 18.3 Rita nach Rudis Ableben Für den Fall von Rudis Abkratzen hat sie aller Wahrscheinlichkeit nach keine Vorsorge getroffen Als der dann tatsächlich eingebuddelt wurde, hieß es auf der Schanze wohl jeder kämpft für sich allein Rita hat nichts gelernt, nie gearbeitet, faul wie die Seuche und folglich nicht in der Lage, selbst für ihren Lebensunterhalt zu sorgen Ramona noch schlechter dran Minderjährig, noch Schülerin und schon von daher nicht in der Lage, für sich zu sorgen Also muss ein neuer Versorger her Rita macht umgehend einen klar, bei dem sie zusammen mit Ramona unterkommen kann Was an Baren zur Verfügung steht, nimmt sie mit Rainer zu diesem Zeitpunkt volljährig, mündig und bereits sehr von sich selbst eingenommen Der Mann im Haus, der Schanzenlord Entweder Ritas neue Stecher weigert sich, für einen Erwachsenenmann den Papi um Versorger geben zu müssen Der Boah ist Etzatla Amo, der kann selbst für sich sorgen Etzatla, Sagradio Zeefix, oder Rainer selbst lehnt dieses Ansehen brusk und in völliger Selbstüberschätzung ab Ich bin kein Kind mehr, ich bin Amo und die hätteste Mettel-Drick-Sau, wo dieses Dorf je gesehene hat Etzatla Ich übernehme dem Wader-Saarhof und bring den wieder in Schuss Das Dach mache ich neu und die Leidungen und Internet hole ich auch So oder so bleibt Rainer in der Schanze zurück und allen ist's recht, was schon? 18.4 Abschottung von Rainer Und warum ist der Lord das Problem? Wo kommt das her? Wie wird ein Kind erst mühsam, dann ätzend? Mein Vorschlag Durch Vernachlässigung seitens der Eltern Und warum schneiden die Winkler-Weibe ihren Rainer? Mögliche Erklärungen Rainer vergüttert den Toten Rudi nach wie vor, die Weibe hassen Rudi. Da ist Ärger vorprogrammiert. Also bricht man den Kontakt ab. Rita merkt, dass auch der Erwachsene Rainer Hilfe und Unterstützung nötig hat. Dazu ist sie aber zu faul. Da geht's dem Rainer wie dem Pferd blu, das ist mir etzatla zu faul, da sollen sich mal die Nachbarn drum kümmern. Rita will ihrem Sohn endlich helfen, aber Rainer fühlt sich durch diese verspätete Zuneigung bevormundet und eingeengt. Und weil er den harten Weg gehen will, schneidet er die Mutti aus dem eigenen Leben raus. Rainer macht Rita Vorwürfe, weil sie das Andenken Rudis schändet, indem sie sofort nach seinem Tod einen anderen Macker hatte, eventuell sogar schon zu Rudis. Lebzeiten. Und weil er mit selbstgerechten Vorwürfen nicht spart, hat er bei den Bartoschs Hausverbot. Das ist ja fast wie Hamlet hier. Bei Rita regt sich das schlechte Gewissen. Rainer in seiner Finalform ist eine tägliche Erinnerung daran, wie sehr sie als Mutter verkackt hat. Also verdrängt sie ihn. Attributionen, die Weiber sind unzufrieden. Rainer ist wehrlos. So wird er zum Sündenburg der Sippe. Ist alles nicht so ganz rund gelaufen, hätte alles viel besser sein können, wir sind ja so arm dran, mimimi. Und irgendwie ist ja eigentlich der Rainer an allem schuld. Ohne den Könz etzatla so schön sein. Schwups, ist er draußen. 19. Ramona, letzte Hoffnung? Ach was! Wir wissen, dass Ramona kein Abitur hat, inzwischen genauso fett wie ihre nichtswürdige Mutter ist, immer noch in dem Dreckskaffhaus und bei der Beerdigung ihres nichtswürdigen Vaters einen Fetzen trug, aus dem ihre Hupen fast rausgefallen sind. Welches Detail in diesem großartigen Lebensentwurf verleitet dich denn zu der Annahme, dass Ramona nicht zu den Familien im Brehenpunkt gehört. Und was den Rainer anbelangt, davon kriegt Ramona bestimmt seit Jahren nichts mehr mit. Die Bilder, die es von ihr im Netz gibt, die hat sie da selbst reingestellt. Dass Bernd auf ihr Anlitz gewixt hat, ist auch 3 Jahre und 30 Kilo her. Ramona hat an dem Debakel nichts zu leiden. Also kann ihr Rainer nach wie vor schön egal sein. 20 YouTuber und andere Nebenfiguren. 20.1 Eblali Du hast den guten Fido vergessen. Rainer dachte wirklich, er habe es ganz nach oben geschafft, als er endlich, endlich im Programm eines seiner YouTube-Helden vorkam. Ja gut, der hat ihn zwar arrogant genannt, aber he, das ist doch alles ein Missverständnis. Das kann man mit dem guten Fido doch klären, am besten von Mann zu Mann in Köln. Als dann daraus nichts wurde, trotz Rainers immer verzweifelte anmutenden Versuchen, da war Fetty schon arg getroffen. Und als Fido dann, angenurft von der ganzen Verzweiflung, die ihm da entgegenschweilte, seine Antwort für die veröffentlichte, da war das Tischduch endgültig zerschnitten. Rainer musste einsehen, dass er sich auch bei seinen Idolen nicht etwa großer Beliebtheit erfreut, sondern auch von denen nur Spott und Huhn und Vorwürfe und Held zu erwarten sind. Seitdem fährt er in puncto YouTube eine ziemlich deutliche Die Trauben sind er saue Politik und hat sich aufs Schmollstühlchen gehockt. Gut, wenn der Fido sich entschuldigen würde jetzt Adler, dann würde er auch wieder tolle Videos machen. Der verwaiste Hauptkanal ist Fido's Schuld. Hashtag Danke dafür iblali. Dazu kommt ja noch, dass es einfach immer weniger Leute juckt. In der guten alten Zeit war es doch absoluter Standard, den Rainer immer wieder mit dem Wunsch nach neuen Folgen von 4 Drachen und der Metal zu behelligen. Aber heute fragt ihn keiner mehr nach neuen Videos. Ist allen egal. Da hat Rainer natürlich noch weniger Lust, irgendwas zu machen. Diese YouTuber sind als Menschenschlag ja alle feige wie scheiße. Immer schön vorsichtig, bloß nix falsches sagen, lieber leise treten und Kreide fressen, sonst fällt man noch in Ungnade und dann gehen die Abos zurück und diffuse und aus ist's mit den leicht verdienten Schäkeln. Deshalb konnte Rainer sich da auch die ganze Zeit reindrängeln und aufspielen und ein großes Maul riskieren, von diesen eierlosen Schleimern hat ja keiner das Rückgrat, ihm mal die Wacht anzusagen. Aber Ed Sattler hat einer von diesen minderbemittelten Leckerischen endlich gepeilt, dass es völlig ungefährlich ist, auf Rainer rumzuhacken, weil Rainer halt keine Lobby hat, keine Verbündeten, keine Sympathisanten, erst recht keine Fanbase. Er ist wirklich ganz genau wie damals die fette, verpickelte Streberleiche aus der neuen B, die immer so leicht nach Pisse gestunken hat. Das absolute Opfer. Das letzte Glied in der Nahrungskette. Auf dem dürfen sogar solche Beta-Lockers wie Victor noch rumhacken und ernten dafür nicht etwa Kritik, sondern noch johlenden Applaus von ihren Fans, die es genau wie Victor halt einfach nicht lassen können, sich diebisch darüber zu freuen, dass endlich, endlich mal nicht sie, sondern jemand anders ganz unten liegt. Iblali neuer bester Mann im Game, immer weiter so. 20.2 Gronkh Sie lassen ihn halt nicht in Ruhe, den armen Onkel. Er hat damals mit deutlich sichtbarer Furcht im Nacken eindringlich gebeten, nicht mit dem Drachenlord in Verbindung gebracht zu werden, denn Rainer ist schlecht fürs Geschäft. Weil dieser Aalblätte Feigling aber ungefähr so viel Durchsetzungsvermögen hat wie eine Musiklehrerin, und ziemlich genau dasselbe Zielpublikum bespielt, finden seine Gronkis. Das voll lustig, ihm immer wieder mit dem Rainer zu kommen. Onkel Gronkh, erzähl doch mal vom Drachenlord. Findest du den auch doof? Findest du, man darf den ärgern? Nach Gronkhs Selbstverständnis ist er Unternehmer, oder Mediengestalter oder sonst was Hochtrabendes. In Wirklichkeit ist er Werbnote. Da bewegt er sich zwar in der Escort-Klasse, aber Arsch hinhalten und schön abschlucken muss er trotzdem, die kleine, dreckige Fotze. Ganz egal, was er anfängt, in welcher Branche er sich betätigt, wie genau seine Tätigkeit aussieht, es läuft immer darauf hinaus, dass er Schuljungen das Taschengeld abschmeichelt. Inzwischen muss er sie nicht mehr direkt anbetteln, zu schade, das Spendengeld direkt anzunehmen ist er sich freilich noch lange nicht, sondern darf sie überreden, ihr Geld für die Scheiße rauszuwerfen, die er ihnen anpreist, aber Männchen machen muss er natürlich trotzdem den lieben langen Tag lang uns zu melden hat er selbst genau nichts. Den dicken Max markieren, der mit deutlichen Worten auf den Tisch haut, das kann er sich nur erlauben in solchen Fällen, in denen der Zivilkonsens gar keine andere Meinung zulässt aber auch nur dann. Es muss schon einer sehr deutlich heilschreien und das auch mehrfach wiederholen, so dass kein Irrtum möglich ist, bevor er von Gronkh gesagt kriegt, er möge sich verpissen. Bitte. Gronkh hat weniger Profil als ein Rennschlappen nach dem Grand Prix. Die reine Projektionsfläche. Weil er von Natur aus ein eierloser Leiseträter ist, macht ihm das auch gar nichts weiter aus. Die war schon immer so. Einer von den unauffälligen Mitläufern. Tagsüber dadeln, Mama keinen Kummer machen, durchmogeln, um elf ins Bett. Ab er ist beim zweiten Anlauf geschafft, zu dumm oder zu wenig Selbstvertrauen fürs Studium. Also Ausbildung zum Telefonerschließer oder Knöpfchendrücker, natürlich ohne Suff oder Mädchen, dazu ist ja später bestimmt noch Zeit genug. Vielleicht. Erstmal mit diesem Internetdingen selbstständig machen. Und früh lernen, genau das zu tun, was von ihm erwartet wird und bloß keinen Eigensinn zeigen, denn der ist schlecht fürs Geschäft. So kommt es auch, dass dem Feigling sofort der helle Schweiß auf die Stirn tritt, wenn er mit einem kontroversen Thema konfrontiert wird. Könnt ja sein, dass er was Falsches sagt, das wär aber schlecht fürs Geschäft. Also lieber nicht sagen. Und wenn er sich nicht länger rauswieseln kann, dann greift er zur nächstliegenden Pleitüde. Einer wie Grund kauft bestimmt nicht im Internet zum Heiden auf. Lieber auf die Seite des armen Mobbing-Opfers schlagen, das zeigt bestimmt Zivilcourage. Oder? Wenn nur nicht alles so schwer wäre. Ist ja nun mal so, dass Rainer zwar ein dicker, fetter Fanboy ist, von seinem Idol aber bestenfalls ignoriert und schlimmstenfalls abgewatscht wurde. Aber Gronkh ist eben zu profil und eierlos, um wirklich gegen jemanden wie Rainer klare Kante zu zeigen. Außerdem hat er schon so lange so viel fremdes Taschengeld eingeheimst, dass er inzwischen glaubt, er habe einen Erziehungsauftrag. Die Erfüllung dieses selbst erteilten Auftrages sieht bei Gronkh in seiner unvorstellbaren Einfallslosigkeit halt so aus, dass er als Signalverstärker für erzflache Pleitüden fungiert, die er seinem Kinderpublikum mitteilt, als habe er soeben den Parmesan erfunden. Alle Menschen sind gleich, Gewalt ist keine Lösung, Mobbing ist böse. So Faustbitte gelügen halt, die nur Kinder glauben. Weil er nicht durchsetzen kann, dass man ihn mit Rainer verschont und er zu feige ist, ihn zu verdammen, muss halt irgendwas her, das an Rainer lobenswert ist. Irgendwas. Bitte. Und weil ihm Partout nichts einfallen will, Kreativität ist wirklich nicht seine Stärke, übernimmt er halt Reiners Idiotenlogik. Immerhin hat Rainer tolle Qualitäten als Einstecker, denn er macht unbeirrbar weiter, das ist doch schon was. Dass das vor allem ganz furchtbar und ganz furchtbar blöde ist, fällt Gronkh natürlich nicht ein. Als das Hirn verteilt wurde, war der Grad Kreideholen. Seine vermeintliche Sympathie für Rainer ist nichts weiter als ein weiteres aus der Feigheit geborenes Lippenbekenntnis zum Gutmenschentum. Davon überzeugt ist der Lumpenhund natürlich nicht. Der war in seinem Leben noch nie von irgendwas überzeugt. Ihr nehmt den bärtigen Kindergeburtstags und der Alter alle für voll und das ist euer Problem. Der Erotik hat Reiners Karriere nicht verfolgt. Ja, er kennt ihn, wie man Rainer halt so kennt, wenn man sich in deutschsprachigen Junau- und Witterkreisen bewegt. Dann kriegt man mit, dass es da diesen fetten Dummkopf namens Rainer-Acker-Drachen-Lord gibt, der sich nach Kräften lächerlich macht und deshalb gehänselt wird. Dann kriegt man ein paar Zitate mit, haut kein Organ, hass keine Emotion, auto, der wo fährt, prügel raus. Metalide. Fertig. Wenn man diese Zitate verwendet, freuen sich alle, die sie erkennen und feiern das total, heißt, erhöhen die eigene Breitenwirkung. Allen anderen ist es weitgehend egal. Kein vernünftiger Internetnutzer, und besonders keiner, der im Netz seine Kohlen kassiert, will mehr über reine Wissen oder ihm näher kommen. Mehr als solche Zitate kann und will also der Kinderbos per se mit dem Bart auch nicht raushauen. Wäre ja auch schön doof. Man darf nicht denselben Fehler machen wie Rainer. Nur weil Anna Malmed Leute sagt, ist er nicht an Rainer interessiert und weiß auch nicht mehr über ihn, als in drei Sätze passt. Nur weil Rainer die Lebens- und Schaffensgeschichte seiner Idole kennt, ist das nicht auch andersrum so. 20.3 Kuchenpf KuchenTV ist ein dummer kleiner Junge, der sich anmaßt, über andere dumme Kinder auf YouTube-Gericht halten zu dürfen. Dabei genügt er selbst in keiner Weise den Ansprüchen, die er an andere stellt. Außerdem zeigt er eine schon rheinisch anmutende Selbstüberschätzung, darauf hat Gunder, der erzblöde Schweizer, ja bis zum Überdruss her umgeritten. Kuchensperst ist Schulversager und hat eine Ausbildung zum Türstopper abgebrochen, bezeichnet sich selbst aber als hochbegabt und den besten Türstopper, den die Welt seh sah. Schuld an seinem Versagen hat natürlich nicht sein großes Maul, sondern Lehrer und Ausbilder, die seine Großartigkeit einfach nicht erkennen wollen, die Verdammtenheide. Für den Kuchenjungen wie für Rainer ist YouTube die letzte Chance, ein bisher ziemlich verkorkstes Leben noch auf die Erfolgsstraße umzulenken, ohne wirkliche Arbeit tun zu müssen, wofür beide nicht nur zu faul, sondern auch zu blöde sind. Das ist auch der Grund, warum er diese Idioten-Plattform viel zu ernst nimmt. Und weil er eine dumme Aufmerksamkeitshure mit großem Maul ist, glaubt er, seine Abozellen seien der Beleg für die Existenz eines Publikums, das Interesse an seinen völlig unreifen Schulabbrecher-Ansichten hat. Außerdem macht er es wie Günther Jauch, sucht sich auf der Idioten-Plattform so richtig ausgemachte Turbo Spasuten raus, stellt sich neben die und freut sich noch, dass er dabei gut abschneidet. Aber Spasuten auf YouTube zu überholen ist nun wirklich wie Fische aus Maimer angeln, da verdient keiner ein Goldsternchen für. Kuchenjunge klebt sich die Goldsternchen dann einfach selbst ins Heft. Und deshalb mag man ihn nicht. 20.4 Schnappi Ach, der Schnappi. Früher war er als Moderator gewissenhaft und um so was wie Qualitätssicherung bemüht. Seinen fleißigen Einsatz fürs Gemeinwohl hat man gar nicht mitbekommen, weil er sich bescheiden im Hintergrund hielt und die Qualität seiner Arbeit für sich sprechen ließ. Und heute? Den Dreck und Span lässt er nicht nur einfach stehen, nein, er scheißt selber grölend auf den größten Haufen, peltet in einem fortnutzlose und unsinnige Einzahler, rübelt die anderen Nutzer an, frontet völlig und provoziert in der Gegend herum, ist ständig nur am Meckern und scheint insgesamt restlos verbittert und vollkommen verbiestet zu sein. Wortwahl, Rechtschreibung und Zeichensetzung seiner Post lassen außerdem den Schluss naheligen, dass er häufig genug besoffen wie hundert Neger Guckers hier schreibt, das hat die Beschäftigung mit Rainer, und mit den Leuten, die sich mit Rainer beschäftigen, also aus Schnappi gemacht. Einen pflichtvergessenen, frustrierten, aggressiven, rüpplerhaften Trunkenbold. Das Gim scheint nichts für zartbeseitete Schöngeister zu sein, oder es bringt einfach der Schlechteste in jedem hervor und mancher hat mehr Schlechtes in sich als andere. Es ist einfach nur traurig. Schnappi, lieber, pflichtbewusster, emsiger Schnappi, komm zurück. Ich vermisse dich. Und lass endlich die Sauferei sein, du altes Aufloch, das macht dich vollkommen kaputt. Und dann. Und dann.